Hallo Community! Wir sehen es wieder vom Trader Online Video, denn zu den verlorenen Höllen von X-Alan gibt es wieder Commander Decks. Und die spielen wir jetzt. Aber ehe es los geht, gibt es natürlich von Ultimate Guard wieder was zu gewinnen. Nämlich diesmal eine Twin Flipp'n Tray 160 plus Xenu Skin Box. Super für eure Decks und Würfelschubers auch dabei. Aber da nehmt ihr an der Verlosung teil. Wenn ihr den Kanal abonniert oder abonniert habt, das Video liked und kommentiert. Und jetzt stellen wir erstmal unsere Decks vor. Hallo, ich bin die Jenna und ich spiel das rot-grün-weiße Veloci-Rampdoor-Deck. Sagt, hinterlasse einen großen Fußabdruck. Zerstampfe deine Feinde mit Pentlaza vom Imperium der Sonne. Sobald deine Mana-Rampe im Gange ist, nutze dein zusätzliches Mana, um noch größere Dinosaurier zu wirken und durch Entdeckung auf kostenlose Zauber zu stoßen. So droht deinem Gegnern über kurz oder lang das Aussterben. Hallo, ich bin der Julian und ich spiele das blau-grüne Mehrvolk-Deck Erkunder der Tiefe, welches sagt eine fischige Angelegenheit. Erkunde die Tiefen von Ixan mit Hackball und seinen Mehrvolk-Gefährten, die im Verlauf der Partie durch plus 1 plus 1 Marken immer stärker werden. Sobald du dein Team im Spiel hast, lässt Hackball es erkunden, um genügend Buffs und Mana zu erhalten, um den Verlauf der Schlacht zu deinen Gunsten zu wenden. Blub, 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 blub. Ja, ich bin Patrick und ich spiele heute dieses wunderbare blau-schwarz-rote Ahoy-Kameraden-Deck. Ich mache mich bereit zum Entern. Setze mit der unsinkbaren Admiralin Tollkun die Segel und lasse keinen Piraten zurück. Wenn Besatzungsmitglieder ihr nasses Ende finden, kann Admiralin Tollkun sie größer und stärker zurückbringen, damit sie sich erneut ins Gefecht stürzen können. Und nachdem ich gebrannt schatzt und geplündert habe, segle ich am Horizont mit meinen Schätzen in die Weite. Ja, und ich bin's Valentin von Orzow. Und ich führe heute meine Freunde in die Schlacht mit dem Commander-Deck Blutrieten. Das sagt, nimm Clavilenos finsteren Ritual teil und opfere deinen Vampire, um daraus Nutzen zu ziehen. Wenn sie von Clavilenos selbst gesegnet wurden, werden diese Vampire als fliegende Vampir-Dämonen wiedergeboren und sind bereit, deine Gegner mit ihren Fangzähnen zu zerreißen. Der aufs tiefsten Herzen gläubige Clavilenos ist auf der Suche nach dem Stammvater der Legion und die Macht, die er verleihen kann. Ja, und jetzt geht's ab an den Tisch und dann wird gewonnen. Let's go! Trader Mit uns hast du gute Karten Okay, die Decks sind gemischt, also let's go! Ich, Valentin, lese mal zuerst mein Commander vor. Clavilenos, Anführer der gesegneten Weiss-Schwarz-1-Vampir-Kleriker-22. Immer wenn du angreifst, wird ein angreifender Vampir deiner Wahl, der kein Dämon ist, zusätzlich zu einem anderen Typen zu einem Dämon. Er erhält, wenn diese Kreatur stirbt, ziehe eine Karte und erzeuge einen getappten 4-3-weißen und schwarzen Vampir-Dämon-Kreaturen-Spielstein mit Flugfähigkeit. Boom! Und du, Junge? Ich spiele Hack-Wall von der wogenen Seele für zwei Mana, ein grünes, ein blaues, eine 3-3-Kreatur. Mehrfolg-Sperr, der sagt, zu Beginn des Kampfes in deinem Zug erkundet jede Mehrfolg-Kreatur, die du kontrollierst. Heißt also, decke die oberste Karte deiner Bibliothek auf. Falls die Karte ein Land ist, nimm sie auf deine Hand, lege sonst eine Plus-1-Plus-1-Marke auf die erkundete Kreatur und lege dann die Karte zurück oder auf deinen Friedhof. Und immer wenn Hack-Wall von der wogenen Seele angreift, kannst du eine Länderkarte aus deiner Hand ins Spiel bringen. Falls du dies nicht tust, zieh eine Karte. Okay! Bam! Mein Commander ist Pantlaza, gesegneter der Sonne. Für zwei Bliebige ein rotes, ein grünes, ein weißes, eine 4-4-Dinosaurier-Kreatur. Sagt immer, wenn Pantlaza oder ein anderer Dinosaurier unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt, kannst du Entdeckung X anwenden. Wobei X gleich der Widerstandskraft der Kreatur ist. Tue dies nur einmal pro Zug. Und Entdeckung heißt, schicke Karten oben von deiner Bibliothek ins Exil, bis du eine Nicht-Land-Karte mit gleichem oder niedrigerem Mana-Betrag ins Exil schickst. Wirke sie ohne ihre Mana-Kosten zu bezahlen oder nimm sie auf deine Hand, lege den Rest in zufälliger Reihenfolge unter deine Bibliothek. Ja, und ich spiele Admiralin Tollkun die Unsinkbare. Kostet zwei generische Mana, ein blaues, ein schwarz, ein rotes. Ist 3-3. Mensch Pirat. Wenn Admiralin Tollkun die Unsinkbare ins Spiel kommt, nimmst du vier Karten. Und zu Beginn des Kampfes in deinem Zug kannst du eine Piratkreaturenkarte deiner Wahl aus deinem Friedhof mit einer Endgültigkeitsmarke ins Spiel zurückbringen. Sie hat Basisstärke und Widerstandskraft 4-4. Sie erhält eine bis zum Ende des Zuges. Und falls eine Kreatur mit Endgültigkeitsmarke sterben würde, schicke sie stattdessen ins Exil. Strong. Alle vier Commandos sind wirklich sehr strong. Die Decks sind auch alles super. Also, auf das Duell freut mich jetzt schon sehr. 13. 5. 2. Oh, das ist meine Chance. Kippe. Das ist Kippe. Da. Das ist ganz klar die 15. Nein. 13 ist hoch. 13 ist hoch. Okay, ich vertraue dir nicht, also heben wir mal ab. Wow. Ja, okay. Im Commander Multiplayer Format ziehen wir ja immer 7 Karten und haben einmaligen für 3. Das heißt, wenn dir die Hand nicht gefällt, kannst du nochmal 7 neue Karten ziehen. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7. Und der startende Spieler, also ich darf eine Karte ziehen, wenn er beginnt. Ah, du hast einen geguckt, oder? Ah. Okay. 5, 6, 7. Oh. Ich nehme schon mal maligen. Dann dauert das hier nicht so lange. Ich darf ja eine Karte ziehen, dann halte ich das mal und warte noch auf dich, ich kann ein bisschen lesen. so, ja. Ach. So, bitte schön, möchtest du abheben? Tanze ich neu? Wir haben übrigens schon mehrere Commander Matches hochgeladen, da könnt ihr gucken, auch Magic Spiele lernen, dann gibt es bei uns auf dem Kanal und viele tolle weitere Videos, wie auch Unboxing, Magic News. Und ihr könnt auch vorbeikommen im Trading Card Superstore, kauft euch ein Ticket, zockt mit, super. Ne, auch Commander Matches, Booster Draft, alles. Tour of the Giant. Tour of the Giant, Pre-Release war super. Mega. Und, wie mischt es sich so Julian? Ja, gut. Ja, anscheinlich ja nicht, ne? Bitteschön, möchtest du auch eben? Ne, ich glaube, ja, ich kann einfach nur nicht mischen. Einer ist immer der Loser, weißt du? Ja, danke. Kriegst du noch zurück später, alles gut. So, das halte ich, da muss ich noch ne Handkarte abwerfen. Ja, nur drunter legen. Ja. Wow. Aber ja. Ähm. Tragt der Junge erst jetzt? Können wir jetzt beginnen? Ja. Alle warten noch. Die ganze Welt wartet. Ja, okay, okay, okay. Bitteschön, fang an. Dann darf ich eine Karte ziehen. Ich lege einen Leuchtschattenknoten lang. So wie der Leuchtschattenknoten ins Spiel kommt, kannst du eine Eben- oder Sumpfkarte aus deiner Hand offen vorzeigen. Huhu. Huh? Äh. Äh. Falls du dich nicht tust, kommt der Leuchtschattenknoten getappt ins Spiel. Ist aber egal, weil ich kann nix machen für einen meiner. Er gibt mir weiß oder schwarz. Ich geh ab. Aber trotzdem, einmal vorzeigen. Einmal flexen. Dann zieh ich ne Karte. Was musstest du vorzeigen und was hast du vorgezeigt? Ebene oder Sumpf und er hat eine Ebene vorgezeigt. Wow. Ähm. Ich spiele ein Pfad der Ahnen. Es ist ein Land, kommt getappt ins Spiel und sagt dann für Tappen erzeuge einen Manner einer bliebenen Farbe der Farbidentität deines Kommandeurs. Wenn dieses Manner ausgegeben wird, um einem Kreaturenzauber zu wirken, der einen Kreaturen-Typ mit deinem Kommandeur gemeinsam hat, werden er sich eins an. Das wäre dann mehr Volk oder Speer. Huhu. Dann gib ja. Dann kommt bei mir eine sich entfaltende Wildnis. Ich opfer die direkt. Sagt eben, tappen Opfern, durchsuche deine Bibliothek nach einer Standard-Landkarte, bringe sie getappt ins Spiel und mische danach. Dann mach ich schon mal. Dann geb ich schon mal ab. Zieh ich mal für den Zug. Und ich spiele die Schwefelfelle. Das ist ein Land, das kommt getappt ins Spiel. Das sei denn, ich kontrolliere eine Insel oder ein Gebirge. Oder natürlich. Und für tappen erzeugt es entweder blau oder rot. Da ich noch kein anderes Land habe, kommt es auf jeden Fall. Getappt ins Spiel. Und dann geb ich ab. Okay. Dann zieh ich die Karte. Bringe die mannigfaltige Landschaft ins Spiel. Die kommt getappt. Und gibt für tappen farbloses Mana. Und für zwei Mana tappen Opfern durchsuche deine Bibliothek nach bis zu zwei Standard-Landkarten, die ein Landwirt gemeinsam haben, bringe sie getappt ins Spiel. Die mische danach. Egal. Du bist dran. Dann tapp ich. Zieh auch eine Karte. Hättest du die Länder nicht andersrum spielen können? Ich hatte das Land. Okay. Dann spiele ich noch einen Befehlsturm. Ist ein Land. Tappen erzeuger einen Mana an einer beliebigen Farbe der Farbidentität. Doch, das kommt mal durch. So. Und dann spiele ich mal. Hm. Ich würde zwei Mana. Ey. Die Mehrfolg-Himmelstaucherin. Ja. Ist eine 1-1-Kreatur mit fliegend. Und wenn die Mehrfolg-Himmelstaucherin ins Spiel kommt, lege eine Plus-1-Plus-1-Marke auf eine Kreatur einer Wahl, die du kontrollierst. Und für fünf Mana. Äh. Sie ist übrigens eine 1-1-Kreatur. Und für fünf Mana kann man Führung durchführen. Heißt also, bestimme eine beliebige Anzahl an Permanenten und oder Spielern. Und gebe ihnen dann von jeder Sorte Marke, die dort bereits liegt, eine weitere Marke. So. Ne. Marke kommt auf sie. Und ich darf hier noch, äh. Oder beziehungsweise durch den, äh. Fahr der Ahnen, ne. Weil ich einen Kreaturzauber gewählt habe, der einen Kreatur-Typ mit, äh. Ja. Hackball gemeinsam hat. Äh. Darf ich Hessicht 1 anwenden, weil beide Mehrvölker sind. Ne. Zack. Und das ist ein guter Trick. Schau mal, guck drauf an, was jetzt passiert. Weißt du, bei uns, ne? Ich lass es oben. Was wir mit denen machen, die es zu lange brauchen? Ich geb an. Zu lange zirka. Ich hab's oben gelassen und ich habe abgegeben. Bitteschön. Toll. Ich spiel auch ein Befehlsturm. Und dran für ein grünes und ein rotes. Spiel ich X-Quint, äh, Gishats Erstgeborener. Zwei, drei mit Eile. Und sagt, wenn das Spiel kommt, kann ich zwei bezahlen. Wenn ich das tue, fügt ein Dinosaurier meiner Wahl, den ich kontrolliere, einer anderen Kreatur meiner Wahl Schadenspunkte in Höhe seiner Stärke zu. Ähm. Und dann, der hat Eile. Das heißt. Du willst doch jetzt nicht Partei sein. Also. Bitte. Nein. Alles gut. Ja, mach los. Ich sag mal. Gerade. Ungerade. Ja, du hast eine Kreatur. Sie ist 2-2. Sie ist 2-2. Eins bis zwei. Drei bis vier. Fünf bis sechs. Sehr gut. Sehr gut, Leute. Jenna. Ungerade, ungerade. Alles gut. So. Wow. Okay, okay. Ja. Dann komm ich zu dir. Ja gut. Dann nehm ich zwei. Gut. Dann geb ich ab. Alles klar. Dann tappe ich. Dann zieh ich. Das kriegst du zurück, ne? Der macht auch zwei Schaden, ne? Dann spiel ich eine immer endende Weite. Ist ein Land, das kann nicht geopfert werden, um die Bibliothek nach einem Standardland zu durchsuchen, um das getappte Spiel zu bringen. Dann würde ich auch schon gleich abgeben und derweil meine Bibliothek nach einem Sumpf durchsuchen. Okay. Ihre Etappe. Ich ziehe. Oh. Hier lege ein Land. Ich, äh. Etappe das Mana und spiele eine Sphäre des Kommandeurs. Äh. Ist ein Artefakt für drei Mana und zappen. Erzeug ein Atem. Ein Mann hat eine beliebige Farbe. Der Farbeindetäter des Kommandeurs. Also weiß oder schwarz. Opfer die Sphäre des Kommandeurs. Zieh eine Karte. Juh. So. Das könnte ich noch benutzen, aber äh. Tue ich gut. Du bist dran. Dann tappe ich. Zieh eine Karte. Boah. Die kenn ich auch gar nicht. Äh. Ich spiele eine Insel. Und dann spiele ich für drei Mana. Kupala, Hüter der Wellen. Äh. Eine 2-2-Kreatur auch Mehrfolg heißt. Also ich darf Häsicht 1 machen. Und Zaubersprüche, die deine Gegner wirken. Und die einen Mehrfolg, das du kontrollierst, als Ziel haben. Kostet mal im Wirken zwei Mana mehr. Äh. Fähigkeiten, die deine Gegner aktivieren. Und die einen Mehrfolg, das du kontrollierst, als Ziel haben. Kostet mal im Aktivieren zwei Mana mehr. Ne. Ist halt Mehrfolg. Darum Häsicht 1. Krass. Ja. Die Decks sind alle schon sehr stark. Mal kurz gucken. Mhm. Mal gucken. Zack. Und dann. Tja, ne. Wir wollen ja jetzt hier nicht irgendwie parteiisch sein, aber ich greif da mal. Ne, ich greif. Nein, nein. Ähm. Na, du hast mich jetzt gerade angegriffen, dann greif ich dich auch zurück an. Für zwei. So funktioniert das nicht. Ja. Gut. Dann geb ich auf. Das sollte dir eine Lehre sein. Greif mich nicht an. Ich spiel mal das befestigte Dorf. So wie es ins Spiel kommt, kann ich einen Wald oder eine Ebene aus meiner Hand offen vorzeigen. Falls ich das nicht tue, kommt es getappt ins Spiel. Wow. Wow. Okay. Und da gucken wir jetzt hier meine Hand. Würde ich die Masse tun. Was ist da? Uh. Für drei spiele ich den runenbewährten Amasaurus. Wusste ich. Okay. Zwei, fünf sagt immer, wenn ein Gegner eine Fähigkeit einer Kreatur oder eines Landes aktiviert, die keine Mana-Fähigkeit ist, kannst du eine Karte ziehen. Mhm. Mhm. Und dann. Oha. Gerade. Ungerade. Aber der ist nur 2-2. Ja. Guck mal, ich würde zwei jetzt mal drängen. Also, fun fact, wäre das jetzt wieder eins, zwei, drei, vier und fünf, sechs. Dann wäre es wieder ein. Ja. Dann geben das Wasser verdient, Julia. Dann geb ich ab. Alles klar. Dann tappe ich. Ziehe ich. Und dann spiele ich einen exotischen Obstgarten. Ähm. Der erzeugt für Tappen einen Mana einer beliebigen Farbe, das ein Gegner kontrolliert produzieren könnte. Ähm. Und da sehe ich auch prinzipiell alles verfügbar für mich. Ähm. Der kostet ein Blaus und 2. Ist 2-2 fliegend. Und ähm. Immer wenn einer oder mehrere Piraten, die ich kontrolliere, einem Gegner Schaden zu fügen, erzeuge ich für jeden Gegner, dem Schaden zugefügt wurde, einen Schatzspielstein. Ähm. Das Schatzspielstein ist einfach ein Artefakt, was ich tappen und opfern kann, um einen Mana einer beliebigen Farbe zu erzeugen. Und zusätzlich hat er noch einen Partner, aber das ist eher irrelevant. Dann ähm. Ja. Gebe ich ab. Okay. Enttap. Draw. Sumpf. Das ist gut. Done. Kommt bei mir. Ja. Ich bringe meinen Kommandeur. Ich bringe nicht. Ich bringe eine andere Karte. Ich bringe die grausame Zelebrantin. Vampire 1-2. Immer wenn die grausame Zelebrantin oder eine andere Kreatur, dann Landswalker, die bzw. du kontrollierst, stirbt, verliert jeder Gegner einen Lebenspunkt und du hältst einen Lebenspunkt dazu. Oh. Okay. Ähm. Und dann. Da bist du dran. Cool. Dann enttap ich. Wow. Ui. Zieh. Ähm. Ähm. Ja. 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 Ähm. Ich glaube diese 1-2er ist die krasse Bedrohung. Wo? Was? Achso. Hast recht. Ja die Zelebrantin. Die ist schon nicht ohne. Schon sehr stark. Nein. Du hast einen 2-5er. Einen 5 hinten schon. Meine Güte. Die sind gerade noch drin. So entspann dich. Dann gibt hier einen Typ, das ist das Dinosaurierdeck. Da sind starke Kreaturen drin. Hallo. Echt. Krass. Ähm. Wow. Oder eher. Wow. 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 Mach ich das? Mach ich das nicht? Ja doch komm. Ja weißt du was wir bei uns machen und denen die zu lange nachdenken. Merfolk Nebelformerin. Eine 2-2 Kreatur. Andere Merfolger die du kontraust. Ein plus 1 plus 1. Ne. Ist wieder ein Merfolk. Ich hab wieder auf Warte Anbindungsfest. Also ich darf Herrsicht 1 machen. Gut. Ich würde sagen der muss weg. Der macht Stress. Das heißt. Ja Druin zieht keine Länder. Das ist erstmal schon mal ganz gut. Drei ist sowas. So. Äh. Dann. Kann ich noch angreifen. Und dann äh. Greif ich äh. Ja. So eine gewisse Person hat das jetzt noch keine Lebenspunkte verloren. All in. Hm. Aber. Dinos sind auch stark. Piraten haben wir auch. Na okay. Bis jetzt erst nur ein 2-2er. Ne. Mein Flieger ist 3-3. Joa. Ich greif mal. Ne. Ich. 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 Ich würfel. Ich würfel. Ne. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Oh. Der ist auch gezinkt. Jenna an. Ich hab irgendwie die Würfel nur sechsen. Ja. Mit drei verschiedenen Würfeln. Richtig. Ja. Gut. Dann gib ja. Okay. Na jetzt hab ich. Seer. Ich bin Gebirge. Aha. Ich hoffe. Glaub ich nicht. Hm. Ja stimmt. Hast ne. Nass nass. Viel Überlegungszeit am Tisch. Dafür dass noch nichts auf dem Tisch liegt. Naja, also. Miet schon bisschen was am Tisch. Für 3 wildes Stampfen, Hexerei, kostet beim Wirken 2 weniger, falls er einen Dinosaurier als Ziel hat. Aber weil ich damit ein Mehrvolk noch mit anziehe, kostet es... Zaubersprüche, die deine Gena wirken und die ein Mehrvolk, das du kontrollierst, als Ziel haben, kostet beim Wirken 2 mal mehr? Ja. Achso, okay. Gut, dann lege eine Plus 1, Plus 1, Mark auf eine Kreatur deiner Wahl, die du kontrollierst. Dann kämpfe sie gegen eine Kreatur deiner Wahl, die du nicht kontrollierst. Dann gebe ich meinem 2 für 100, Plus 1, Plus 1, Marker und der kämpft gegen deine Nebelformerin. Bist du Stress? Ich habe mir so einen Ärger gefahren. Ja, das war ja Zufall. Nee. Kein ja nichts für. Es gibt keine Zufälle. Ja, klar, das mag ich mehr. Ja, und dann greife ich dich ja auch noch für 2 an. Ah, auch noch. Ja, nehm ich. Ist das eine X-Rei oder? Ja. Okay. Und dann gehe ich ab. Alles klar. Dann tappe ich. Ziehe. Dann. Würde ich doch mal Hafen von Karfel spielen. Das sei denn, das kommt getappt ins Spiel. Für Tappen erzeugt das ein blaues Mana. Und für 3 generische, ein blaues und 2 schwarze Tappen und Opfere den Hafen von Karfel. Du milchst die Karte und bringst dann eine Kreaturenkarte aus deinem Friedhof getappt ins Spiel zurück. Mhm. So. Und dann, ähm... Strong. Möchte auch ich einmal angreifen. Und ich ziehe es dann hier gerade, Micha. Wer ist es? 2 für dich. Wer ist es? Äh, Warranty, natürlich. Ja, 2 für dich in der Luft. Ja, kriege ich 2 Schaden, ne? Und weil jetzt ein Pirat einem Gegner Schaden zugefügt hat, bekomme ich für jeden Gegner, dem so Schaden gemacht wird, einen Schatz. Das bedeutet, ich bekomme einen Schatz. Yay. Kriege ich den. Den kann ich dir nicht geben. Schaden. Sonst würde ich das natürlich auf jeden Fall tun. Das ist nett. Ja, ne? Und dann, äh, beende ich meinen Zug. Ende deines Zuges zahre ich 2 Mana und setze die mannigfaltige Landschaft ein, tappen Opfern und suche mir 2 Standardlandkarten, die einen Landtyp gemeinsam haben raus. Das sollen Sümpfe sein, da ist schon der erste. Guck mal, Topdeck. Du bist übrigens nicht nett. Klasse, Topdeck. Okay, äh... Gehen beide noch die ins Spiel? Ja. So. Aber dafür müssen sie den Typ gemeinsam haben. Gibt sie. So. Na? Home Sweet Home. Wollt darin anwesern. Äh, gibt farbloses Mana und sagt, für Tappen bezahle einen Lebenspunkt, erzeuger Mana eine beliebige Farbe, gibt dieses Mana nur aus, um einen Vampirzauberspruch zu wirken. 5 und tappen, erzeuge einen Blutspielstein. Diese Fähigkeit kostet man aktivieren, für jeden Vampir, den du kontrollierst, 1 weniger. Ne? Blutspielstein ist ein Artefakt, äh, mit 1 und tappen, wirf eine Karte ab, opfern, das Artefakt ziehe eine Karte. Blut. Okay. Die Währung bei uns im Land ist Blut. Gut, äh, dann. Zahlen wir, äh, zwei Mana und bringen die Flinkfußstiefel, das ist ein Artefakt, Ausrüstung, die ausgerüstete Kreatur hat Fluchsicherheit und Eile, ne, Ausrüstung 1, ne. Fluchsicherheit heißt, die kann nicht viel von Zaubersprüchen oder Fähigkeiten sein, die deine Gegnerkonten geben. Hm. Okay. Dämon-Kreaturen spezial mit Fluchsicherheit. Da ist er. Check. Gut, dann möchte ich gern mal die Flinkfußstiefel anlegen. Dann ist er Fluchsicher. Ja. Okay. Und hätte auch eine. Jetzt. Gut. Ähm. So. Dann. Dann. Dann, 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 dann. Du hast da ein 2-2er. Meiner sieht es sterben. Würde tauschen. Äh. Den muss ich kontrollieren. Den wollen wir halten. Ja. Dann, 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 dann. Du hast gerade keine Verteidigung, ne. Dann, äh. Vielleicht. Ja. Das macht nur einen Punkt Schaden. Das ist nicht schlimm. Weißt du? Das ist nur ein Punkt Schaden. Okay. Dann kommt die grausame Zelebrantin zu dir. Mhm. Weil, äh. Immer wenn du angreifst, dich dann angreifend ein Vampir deiner Wahl, der kein Dämon ist. Sie ist noch kein Dämon. Zusätzlich zu deinem anderen Typ zu einem Dämon. Das heißt, sie ist jetzt ein Dämon. Wie machen wir das? Legen wir noch eine Blutmarke drauf? So ein kleines Pinkchen oder so? Irgendwas da drauflegen? Oder so ein Bierfrisch drin? Ich hab mal mehrere drin. Dann gib mal die Würfel drin. Wir machen einen oder so. So. Ja, du kleinen Blauen da. Was erzählst du von sowas? Ja, können wir auch machen. Zack. So. Ah. So. Er hält. Wenn diese Kreatur stirbt, das wäre jetzt ja schon der Fall, ne. Erzeuge, zieh eine Karte und erzeuge einen getappten 4-3 weißen und schwarzen Vampir. Ja. Kommt vorbei. Mach dir auch keinen Schaden. Fertig. Okay. Gut. Dann. Bist du dran. Ja. Dann jetzt hab ich. Hm. Zieh eine Karte. Ich spiel eine Insel. Und dann spiel ich für 4 Mana auch mal meinen Commander Hackball von der Erwogenen Seele. Äh. Ja. 3-3. Und zu Beginn des Kampfes in deinem Zug erkundet jede Mehrfachkreatur, die du kontrollierst. Und immer wenn Hackball von der Erwogenen Seele angreift, kannst du eine Länderkarte aus deiner Hand ins Spiel bringen. Falls du dies nicht tust, zieh eine Karte. So. Und dann, äh. Ach ja, warte mal. Ist ja das Spiel jetzt. Ähm. Würde ich auch sagen, äh. Gehe ich mal in meine Kampfphase und dann erkunden meine Kreaturen. Ähm. Ähm. Kupala erkundet als erstes. Ne. Heißt also ich decke jetzt die oberste Karte der Bibliothek. Ja. Als erstes musst du eine komplette Reihenfolge bestimmen. Achso. Ach. Er erkundet ja auch, ne. Jedem Erfolg Kreatur. Äh. Ja. Kupala. Die Himmelssororant und dann Hackball. Ähm. Genau. Decke die oberste Karte in der Bibliothek auf. Und dann dürft ihr die ja auch sehen. Wie geht das denn? Ist ein Land. Heißt also nämlich auf meine Hand. Mhm. Nächste Karte. Jetzt für, äh. Die Himmelssororant. Puh. Ist ein Land. Nimm ich auf die Hand. Ähm. Und dann Hackball. Ja. Falls, falls die Karte ein Land ist, nimm sie auf deine Hand. Lege sonst eine Precise-Wirrensmarke auf die Akkunde-Kreatur. Ähm. Ja. Und. Dasa. Hm. Göttin der Meere. Ja. Äh. Dann kommt hier ne Marke drauf. Auf Hackball. Und, äh. Und, äh. Die lass ich da. Will jemand sich die noch angucken? Die ist strong. Unzerstörbar. Äh. Fünf, fünf. Äh. Ganz böse Sachen. Hält sich im Versorgungssegment. Ohne Kreatur, die kontinuiert kann nicht geblockt werden. Kann er geben. Die muss weg. Weg, weg. Die ist noch nicht mal da. Ja. Im Sommer gar nicht kommen. Dann lege ich sie mal nach oben. Ohohohoho. Jetzt schnell die Überdeck mischen lassen. Wenn das mal so einfach wäre. Dann. Der hat bloß 1-1-Marker. Mhm. Ja, ich greif trotzdem mal Genoa. Mit der Himmels-Tower-Wand. Ja, du reißt mich auch die ganze Zeit an. Ja, ich greif trotzdem mal Genoa. So. Dann geb ich ab. Hm. Wenn du aufhörst, dann hör ich auch auf. Ja. Dafür musst du aber zuerst aufhören. Kannst du mir schon mehrere von diesem Marken da aussuchen. So. Für fünf spiele ich mein Commander. Pantlaza, Gesegneter der Sonne. 4-4. Immer wenn Pantlaza oder ein anderer Dinosaurier unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt, kannst du Entdeckung X anwenden, wobei X gleich der Widerstandskraft der Kreatur ist. Tu dies nur einmal pro Zug. Heißt, schicke Karten oben von deiner Bibliothek ins Exil, bis du eine Nicht-Landkarte mit gleichem oder niedrigerem Mana-Betrag ins Exil schickst. Wirke sie ohne ihre Mana-Kosten zu bezahlen oder nimm sie auf deine Hand. Lege den Rest in zufälliger Reihenfolge unter die Bibliothek. Gleicher oder weniger als X. Ja. Das heißt, das mach ich jetzt. Wirke ich die, ne? Du kannst? Ja, ich möchte sie wirken. Das ist nämlich Wanderung der Donnerherde, ist ne Hexerei, muss ja keine Permanentkarte sein, ne? Einfach nur Nicht-Land. Genau. Könnte ich günstiger spielen, wenn ich nen Dino vorzeige. Aber wenn ich nen Dino hab. Sagt, durchsuche deine Bibliothek nach einer Standardlandkarte, bringe sie getappt ins Spiel und mische danach. Warte, 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 warte. Ähm, als zusätzliche Kosten musst du einen Dino vorzeigen. Aus meiner Hand? Genau. Oder du musst eins bezahlen. Ansonsten musst du eins bezahlen. Das musst du trotzdem noch machen, auch wenn du ohne meine Kosten zu bezahlen. Jetzt zeig ich euch den. Okay. Dann spiel ich erst. Sagst du jetzt? Mhm. Junge, ich bin wieder her. Danke. So. Land getappt ins Spiel. Oh. Das ist die Schafe. Ja, hätte, ja. Hätte ich halt. Hätte. Hätte Fahrradpette. Ja, ein Land weniger auf die Hand gegeben. Sicher, dass du das Land mit Brotter gelegt hättest? Ja. Ja. Dann hättest du das Land auf den Brotter legen. Mit Hälsicht, weißt du. Hättest du es sicher gemacht? Will jemand abheben? Nein. Das hast du dich ganz allein gegeben. Weil ich wusste ja nicht, dass danach noch ein Land kommt. Jetzt? Doch. Geändert hätte es nichts, ja. Der geht zu Patrick, der geht zu Valentin. Oh. Sie hat meinen Namen gesagt. Oh. Okay. Ich mag es, wie sie meinen Namen ausbringt. Ich habe mir schon mal zwei Schaden abgezogen. Okay, okay. Blockst du oder? Also ich kopiere schon meinen Akzent. Das ist ein bisschen kulturelle Aneignung, aber ist schon okay. Blockst du oder lässt du es durch? Drei Schaden. Lass ich durch. Kein Problem. Siehst du? Kein Problem. Dann gebe ich ab. Alles klar. Dann tapp ich das hier. Wow. Dann... Spiele ich auch einmal den Befehlsturm. Und dann und dann und dann und dann und dann. Ihre zweite Fähigkeit oder seine zweite Fähigkeit ist nur wenn... Wenn er angreift. Okay, alles klar. Mhm. Okay. Da habe ich ja schon so ein bisschen Angst vor, ne? So fancy. Von diesem großen Ram von Julien. Ja. Nein. Wegmachen weiß ich noch nicht. Kostet alles mehr. Ich habe ihm schon viel Schaden gemacht. Das ist richtig. Das ist richtig. Aber leider machen wir mir auch viel Schaden. Deswegen habe ich jetzt auch gehört. Ja irgendwie machen alle Decks hier. Kostet aber mehr, wenn ihr nicht zielen soll. Ich habe hier mal noch so einen Propaller. Ich möchte mal die Handelspiraten spielen. Die kosten 3 genehmig und blaues für eine 2-4-Mensch-Piraten-Kreatur. Immer wenn die Handelspiraten oder ein anderer Pirat unter deiner Kontrolle ins Spiel kommen, tappen bis zu einer Kreatur deiner Wahl. Die Kreatur enttappt nicht während des Intaktsbegments ihres Beherrschers, solange du die Handelspiraten kontrollierst. Und ich glaube, ich würde ganz gerne deinen Kommandeuren tappen und dafür dann 2 bezahlen, indem ich noch diesen Schatz empfahre. Das ist jetzt aber keine Fähigkeit, die ein Gegner aktiviert, ne? Ach, nur beim Aktivieren? Fähigkeiten, die deine Gegner aktivieren und die einen mehrfach, dass du kontaktieren kannst. Ja, oder Zaubersprüche, die den Gegner... Ne, das ist keine Fähigkeit, die ich aktiviere. Dann muss ich das auch nicht bezahlen. Was, den tappst du? Ja. Warte, der enttappt mich, ne? Das ist richtig. Nur einmal? Immer. Solange ich sie habe. Achso, okay. Ich habe immer wieder nicht zugehört. Und dann haue ich dich auch noch, Julian. Zwei in der Luft. Weil du hast gerade keinen Flieger. Und dann bekomme ich noch einen Schatz. Yay. Wahoo. Und dann wende ich meinen Zug. Okay. Und dann enttappe ich. So, so, so. Alle gesehen? Ich ziehe an die Karte. Okay. Ja. Und dann. Ich habe das Geräusch schon so oft in meinem Leben gehört. Ja. Hm. Hm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das ist gut. Aber nicht gut genug. Ähm. Hm. 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 Okay. Ähm. Wir machen, wir machen das so. Wir zahlen. Wir machen das. Okay. Komm. Wir machen das. Ähm. Wir zahlen. All in. All in. Ja. So machen wir das bei uns. Immer all in. Ui. 7 Mana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Mana. Boom. Marsch der Heiliggesprochene. Verzauberung. Wenn der Marsch der Heiliggesprochene ins Spiel kommt, erzeuge X11 weiße Vampir-Kreaturen Spielstände mit Lebensverkünften. Ne? X ist 5. Ja? Zu Beginn deines Versorgung... Also wir machen erst mal 5. Lege 5 drauflegen und dann machen wir 1, 2... Ich hab gar nicht so viele, glaub ich. Weißt du? Lege mal ein Stück. Gib mal ein 5. Ja. Ja, danke. Der Moment, in dem der Akzent zwischendurch einfach wegfällt. So. Zu Beginn deines Versorgungs-Segments und falls deine Hingabe zu Weiß und Schwarz 7 oder mehr beträgt. Ich habe gerade Hingabe... 2. 2. Weiße? Ne? Also sind... Ah ja, müssen ja meine Kosten sein, ne? Stimmt. Mit ihr ist es ne Verzauberung? Ja gut, dann 2. Ja, dann 4. Hingabe zu Weiß ist 1, 2, 3, 4 aktuell. Zu Beginn deines Versorgungs-Segments und falls deine Hingabe zu Weiß und Schwarz 7 oder mehr beträgt, erzeuge einen 4, 3 Weißen und Schwarzen Vampir-Dämon-Kreaturen-Spieler mit Fugfest. Ne? Aber hab ich noch. Ja, Weiß und Schwarz, dann hast du ja sogar noch mehr. 6. Dann hast du 6. Zu Beginn der Versorgung von Weiß und Schwarz. Ah, perfekt. Das ist gut. Okay, dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das ist super cool. Ich kann keine Fliegerblock nehmen. Okay, gut. Ähm, ja. Gut. Ähm, Lebensverkaufung, zack, fertig. Der ist schon verwandelt. Ähm. Ich kann einfach mit einem Schaden anreifen, dann krieg ich einen Dämon, wenn das stimmt. Ich kitzle mich mal ein bisschen. Komm, ich kitzle mich. Klapp, lass ich durch. 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 Ähm. Gut, hast einen Punkt Schaden bekommen, dann bist du dann. So, dann enttappe ich jetzt aber nur die eine Kreatur. Ist ja eine Karte. Oh, die kann ich ja gar nicht. Uh. Moment. Ich glaube, das ist... Hm. Ja, ich sehe vor meinem inneren Auge einen Gott. Eine Meerjungfrau. Oh. A, B, C, T, 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 T. Ja. Okay. Ja. Woher weißt du das? Dein drittes Auge ist... Wisst ihr auch, welches Land ich jetzt spiele? Fifty-fifty. Ich spiele den versteckten Innenhof. Was? Das ist ein Land, so wie der versteckte Innenhof. Wenn das Spiel kommt, ist schon mal ein Kreaturen-Typ. Dino. Tappen erzeugt ein farbloses Mana und Tappen erzeugt ein Mana einer bliebigen Farbe, gibt diese Namen nur aus, um einen Kreaturenzauber des bestimmten Typs zu wirken und eine Fähigkeit einer Kreaturenquelle des bestimmten Typs zu aktivieren. Ja, mehr von. Ja. Tio, ne. Der Freilich. So, wie das hier auf den Bruch. Ja, Tapp sie schön wieder, ne? Ja, alles gut. Sagt er jetzt. Ich guck mir sie nur mal kurz an. Ah. Das ist bestimmt. Ja, dann bin ich auch mal so frei und spiel Tassa, Göttin der Meere aus. 5-5, Unzerstörbarkeits-Kreatur, legendäre Verzömerungskreatur. Solange deine Hingabe zu Blau weniger als 5 beträgt, ist Tassa keine Kreatur. Ich hab 1, 2, 3, 4, 5. Zu Beginn deines Saison-Segments wendest du Hellsicht 1 an und für 2 Mana eine Kreatur deiner Weise, die du kontrollierst, kann in diesem Zug nicht geblockt werden. Das ist 5-5. Richtig. Habe ich das nicht gesagt? Doch, habe ich gesagt. Ja. Dann gehe ich in meine Kampfphase und darf für jedes Meervolk erkunden. Und da sag ich, er ist Hackball, dann die Meervolktaucherin und dann Chupala. Dann erstmal für Hackball. Ist ein Land. Nimm mich auf die Hand. Muss ich gleich aufpassen, dass ich nicht über 7 habe hier. Dann die Himmelstaucherin. Ist eine Kreatur. Immer wenn ein Land unter deiner Kontrollenten im Spiel kommt, er ist ein Lebenspunkt dazu und ziehst eine Karte. Das Deck ist super strong. Super krass. Das, äh... Lass ich oben. Und dann beim 2M aufdecken. Kennt ihr die? Lass ich auch oben. Ja, ich finde das Deck auch gut. Würde ich jetzt noch angreifen können, dann könnte ich auch noch ein paar Länder spielen. Du könntest ja angreifen. Ja, aber mit... Du bist gerade in deiner Kampfphase. Ja, mit Hackball angreifen. Dann könnte ich noch ein Land gratis spielen. So... Ähm... Ja... Dann kann ich noch angreifen, wenn ich möchte. Möchte ich dann noch angreifen. Ich überlege einfach nur gerade, ob ich mir vorhin, durch deine Mehrvolkfliegerin, 3 Schaden abgezogen habe. Obwohl die ja jetzt erst 3-3 ist. Keine Ahnung, ob du das gemacht hast. Das war ja dann wieder deine Schuld, ne? Ähm... Dann... Äh... Ne... Ne... Ich glaub... Ich greif nicht an. Ich geb ab. Okay. Feigling. Wow. Okay. So. Wald. Und für... 7. Donnernder Stachelrücken. 5-5. Andere Dinosaurier, die du kontrollierst, erhalten plus 1 plus 1. Und für 6 sagt er, erzeuge einen 3-3-grünen Dinosaurier-Kreaturspielstein, der Trampelschaden verursacht. Und dann ist ein Dino ins Spiel gekommen, das heißt, ich erkunde. Erkundung 5. Land. Zählt nicht. Ja. Wuchendes Wachstum nehme ich dann, durchsuche deine Bibliothek nach einer Standardlandkarte, bringe sie getappt ins Spiel und mische danach. Kannst du auch auf die Hand nehmen, wenn du möchtest. Ne. So. Die geht dann hier rein. Die geht in einer beliebigen, zufälliger Reihenfolge unter die Bibliothek. Das heißt, ich misch erst. Nein, nein, nein. Du packst sie unter die Bibliothek und danach musst du mischen. Okay. Ich will eigentlich krasse Dinos damit kriegen, aber irgendwie funktioniert das gerade nicht so. Bitte schön. Oh, finde ich das schlimm. Oh nein. Ich kriege auch immer mehr Länder für mehr Dinos. Sie hat ja nur einen 3-4er, einen 4-7er, einen 5-5er und einen 5-5er. Oh nein. Ja. Das reicht ja auch nicht, während die anderen nur einen 2-2er und einen 2-4er haben und einen, 2-2er. Der wird man dadurch stärker? Nein. Ist nur Fluchssicherheit, ne? Und eine. Und eine. Und eine. Ich tausche mal die aus. Ich habe doch mehrere Wandierungen. Eins, zwei. Der hat nicht auf die Rückseite geguckt. Fünf Stück habe ich. So. Ist das klar? Allein zu schwach für meinen Gott. Okay. Pantlazer greift mal Patrick an. Und ich weiß, dass Patrick unbedingt mit seinem Piraten da blocken möchte. Nee. Achso, als Commander-Damage, ne? Ja. Nö. Er tut nur so. Nee, weil dann zieht der dir jetzt gleich ja nochmal fünf ab. Dann musst du ja gleich wieder fünf geben. Schwinden wir jetzt heraus. Ja. Okay. Dann bin ich fertig. Alles klar. Wo sehen wir jetzt deinen Commander-Shotten? Sehen wir den irgendwo? Wenn wir zuerst arbeiten. Ah, okay. Hallo. Und warum ist der jetzt links? Weil einfach... Weil hier in der Ecke der Pfeil... zu dir einer zeigen. Ah, okay. Gut. Alles klar. Dann... Schauen wir mal. Ziehe ich... Dann spiele ich... Für meinen... Das ist die Companion-App. Es werden wieder viele von euch fragen. Das ist die Magic Companion-App. Genau. MTG Companion. Könnt ihr downloaden, könnt ihr downloaden. Habt ihr sie. Auf dem Handy führt. Klar, ne? Und so dann. Ich spiele den Schleichweg der Diebe als Land. Das kann entweder für Farbloses getappt werden oder... Geh doch auf dem Tablet. Für vier und tappen eine Kreatur deiner Wahl kann in diesem Zug nicht geblockt werden. Dann möchte ich als nächstes... Möchte ich für ein rotes, treuloses Plündern spielen. Ich ziehe zwei Karten und wirf dann zwei Karten ab. Zusätzlich hat die Karte Rückblende. Das bedeutet, ich kann sie aus meinem Friedhof wiegen, indem ich die Rückblendekosten bezahle. Und dann... ...schmeiße ich ab... ...die Schreckenschlotten draufgegen... ...und die Geiselnehmerin. Hm? Hm? Achso, weil du dir die mit deinem Commander wiederholen kannst. Wieso waffst du denn die Geiselnehmerin ab? Oh mein Gott! Für fünf Mana möchte ich meinen Kommandeur spielen. Admiralin Tollkun, die Unsinkbare. 3-3, wenn sie ins Spiel kommt, millig vier Karten. Eins... Zwei... Drei... Vier... Und zu Beginn des Kampfes in deinem Zug kannst du eine Piraten-Krettung-Karte deiner Wahl aus deinem Friedhof mit einer Endgültigkeitsmarke ins Spiel zurückbringen. Sie hat Basisstärke und Widerschaftskraft 4-4. Sie hält eine bis zum Ende des Zuges. So viel erstmal dazu. Jetzt ist ein Pirat unter meiner Kontrolle ins Spiel gekommen. Und ich würde ganz gerne sagen, dass... Sie ist kein Mehrfolg, ne? Kein Mehrfolg. Ach, Glück gehabt. Ist sie schon deine Kreatur? Ja. Ach, Glück gehabt. Ähm... Wow! Das... Diese Kreatur getappt wird und nicht enttappt. Und dann gehe ich in meine Kampfphase. Dann löst die Fähigkeit von der Admiralin aus. Ich würde ganz gerne die Geiselnehmerin ins Spiel bringen als 4-4. Ähm... Wenn die Geiselnehmerin ins Spiel kommt, schicke eine andere Kreatur oder ein anderes Artefakt deiner Wahl ins Exil, bis die Geiselnehmerin das Spiel verlässt. Du kannst die Karte wirken, solange sie im Exil bleibt und Mana beliebigen Typs kann ausgegeben werden, um jeden Zauberspruch zu wirken. Ähm... Ich würde ganz gerne die Tassa ins Exil schicken. Und weil ein Pirat ins Spiel gekommen ist, würde ich ganz gerne noch diesen Dino tappen. Und der darf nicht enttappen. Nee... Ist sie gerade drunter? Ja. Yay! So. Und dann greife ich an... Ähm... Micha mit diesem 2-2-Flieger. Wer ist Micha? Die Person zu meiner Linken. Valentin. Ja, genau die. Ja, dann nehme ich jetzt 2 Schatten. Alles klar. Dann bekomme ich einen Schatz. Und in meiner zweiten Hauptphase möchte ich dann 3 Schätze opfern. Um Tassa zu wirken. Habe ich schon gesagt, dass ich euch alle nicht mehr mag. Euch alle. Ich habe gar nichts getan. Alles gut. Und dann... Ja, das stimmt. Die beiden. Da habe ich nichts gemacht. Okay, dann enttappe ich mal. So. Jetzt eine Frage an den Judge. Du hast meine Nebelvorragung gekillt. Sind Spielsteine... Nein. Sind das auch bleibende Karten? Nein. Im Spiel? Es sind bleibende Karten, aber nicht bleibende Kartenkarten. Also mittlerweile wurde das Wort bleibende Karten durch permanent ersetzt im Deutschen. Und es sind permanent, aber es sind keine permanente Karten. Okay, pass auf. Wir machen das so, dass du mich auch verstehst, was ich dir sagen will. Pass auf. Wir machen eins, zwei, drei, ich bringe Verzauberung, strahlende Verheißung. Strahlende Verheißung sagt Aufstieg. Falls du zehn oder mehr permanente kontrollierst, hältst du für den Rest der Partie den Segen der Stadt. Ja, das sind permanente, aber keine permanente Karten. Ah, check. Okay, dann wisst ihr das jetzt auch. Weil es halt keine physischen Karten sind, die im Deck sind. Gut. So. Gib dir den Segen der Stadt. Ja. Den hast du bestimmt auf der Rückseite von allen von den Vampiren. Ja. Du hast den auf jeden Fall an dem Deck. Da waren es nur noch vier. Ja, ich kann so ein bisschen hier rummeln. Wir haben ja noch Gas nochmal. So, zack. Fünf Vampire Babys haben wir. Okay, so. Segen der Stadt. Das heißt, so wie die strahlende Verheißung ins Spiel kommt, bestimmen wir einen Kreaton-Typ. Vampir, ist klar. Ja. Kreaton des bestimmten Typs, die du kontrollierst, der hat ein Plus 1, Plus 1. Solange du den Segen der Stadt hast, haben sie außerdem Wachsamkeit. Wichtig ist, den Segen der Stadt kann man auch nicht mehr verlieren. Also selbst wenn du jetzt alle Permanente verlieren würdest, dann hättest du immer den Segen der Stadt. Cool. Außer er stirbt. Cool. Cool, 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 cool. Niemand mag Besservisa. Weißt du was wir bei uns mit Besservisa machen? Nein! Hey, 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 hey. Valentin? Ich hab nichts gemacht. Ich wäre sogar deine Strache. So. Hm. Also ich glaub das Vampirdeck muss weg. Hm. Ich habe Anspruch gegen das Piratendeck. Warum? Weil es mich mobbt. Weil es mich mobbt. Es verteidigt sich. Also ich würd schon sagen, dass ich so mittlerweile hier das schlechste Board habe. Ja. Mit Jenna zusammen. Okay, okay. Yoho. Mit Jenna zusammen. Wir machen folgendes. Dann hab ich das schlechste Board. Ja. Wir zahlen. Mimimimi. Ja. Vier Mana. Das sind fünf. Das sind vier. Eins, zwei, drei, vier. Andere war schon getackt. Ja. Und bringen äh... Jenna, Jenna. Elenda Rose des Zwilichs. Super Karte in dem Deck. Vampir Ritter 1-1. Lebensverknüpfung. Immer wenn eine andere Kreatur stirbt. Kann auch von euch sein. Lege eine Plus-1, Plus-1-Marke auf Elenda Rose des Zwilichs. Wenn Elenda stirbt, erzeuge X-1-1 weiße Vampir-Kreaturen-Spielsteine mit Lebensverknüpfung, wobei X gleich Elendas Stärke ist. Na, deswegen ist die Vier Mana nur 1-1, weil die krassen Effekte hat. Kann jemand wegmachen. Okay. Chill. Gut, dann. Machst du die weg? Pass auf, wird noch cooler. Wird noch cooler. Wir zählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Ich tapp die mal. Alle. Alle acht. Und spreche Orden des heiligen Zwilichs mit Einberufen. Er kostet nämlich schwarz, weiß und sechs, aber hat einberufen, sagt, deine Kreaturen können dir helfen, diesen Zauberspruch zu wirken. Mit jeder Kreatur, die du darfst, während du diesen Zauberspruch wirkst, bezahlst du für ein beliebiges oder ein Mana der Farbe jener Kreatur. Das heißt, ich krieg auch einen schwarz-weißen weg. Hat dann fünf Fliegen, Lebensverknüpfung, Eile. Und Edelmut. Und Edelmut. Das heißt, immer wenn eine Kreatur, die du kontrollierst, alleine angreift, hält sie plus eins, plus eins bis zum Ende des Zuges. Andere Vampire, die du kontrollierst, haben Edelmut. Cool. Oder? So. Da ist sie. Heißt, der hat plus eins, plus eins, weil er hier strahlende Verheißung hat. Und Wachsamkeit und Eile. Und Wachsamkeit und Eile und Lebensverknüpfung. Und Edelmut. Ja. Dann möchte ich gerne in meinen Angriff gehen. Dadurch wird er hier durch meinen Commander, zack, kriegt er die Fähigkeit, weil er ja ein Vampirritter ist und kein Dämon. Jetzt ist er ein Dämon. Das heißt, wenn er sterben würde, würde ich einen 4-3 fliegenden Dämon bekommen. Korrekt. Hier das Deck ist extrem stark. Wundervoll. So. Dann sind wir ja angreifend. Und du hast mich verletzt. Das weiß ich noch ganz genau. Ich erinnere mich da nicht mehr dran. Ich erinnere mich da ganz genau dran. Ich erinnere mich da nicht mehr dran. Ich vergesse nichts. Gar nichts mehr. Ich erinnere mich da nicht mehr dran. So. Deswegen. Attacke. Hier. Kommt vorbei. Bei dir. Fliegend. Mit Edelmut. Die haben auch alle Edelmut. Ja. Aber es kann ja immer nur, wenn einer. Ja. Aber es kann ja immer nur, wenn einer. Ja. Aber immer. Der greift alleine an. Ja. Immer wenn eine Kreatur, die du kontrollierst, alleine ergreift, ist es plus 1, plus 1 bis am Ende des Zuges. Ja. Das sagt diese Kreatur auch. Und diese Kreatur auch. Sagen alle. Und diese Kreatur auch. Die Kreatur greift alleine an. Ja. 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 Weil die auch alle Edelmut haben. Ja. Die sagen dann alle. Die eine Kreatur greift an. Deswegen sagen alle dann, diese eine Kreatur wird halt schnell an. Oh. Das Deck ist krasser als ich dachte. Und dann möchte ich ihn angreifen. Nein. Nein. einfach nur. Ja. Du kleiner Spaß. Ja. Du kleiner Spaß. Aber sonst würde es sich da ja auch gar nicht lohnen für 8 Mal oder? Also wenn Edelmut nur auf jeden eine Kreatur funktionieren würde. Es gibt noch die eine. Ich fand den so auch schon stark. Wenn es nur plus 1, plus 1 wäre, fände ich sie auch ein bisschen zu schwach. Ja. So ist es schon. Obwohl zu schwach jetzt nicht. Ja. Okay. Also. Ja Wachsamkeit hat da ja auch. Wunderbar. Okay. Das heißt wir haben gezählt 5. Er selber gibt sich auch eine Plus 1. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 dabei sind 14 plus 1 plus 1 durch die Verzauberung 15. Und ich krieg 15 Leben. Haben wir jetzt einen gemeinsamen Feind? Ja, also wie wir sehen kann hier jedes Deck sehr eskalieren. Okay, gut. Dann kommen wir in mein Endsegment. Das passiert noch, das möchte ich gerne noch machen. Das passiert zu Beginn als Versorgungsegment. Das war noch nicht so. Okay, gut. Dann merken wir es noch mal nachher. Für nächstes Versorgungsegment und falls eine Hingabe zu weiß und schwarz 7 oder mehr beträgt, erzeuge einen 4-3-weißen-schwarzen-Vampir-Dämonen-Kreatur-Sprennung-Fügseligkeit. Deswegen lege ich hier mal eine Marke drauf, dann lege ich da ran. Okay, gut. Dann. Die Decks sind alle super, ne? Ja. Kann Magic nicht ein geiles Deck rausbringen und 3 schlechte und dann kann ich das geile Deck spielen, wenn ich gewinne? Ja, jetzt hat das Vampirdeck auf jeden Fall schon mal gezeigt, dass es was kann, ne? Meine Boys. Dann spiele ich mal den Tempel der Geheimnisse. Wenn er ein Konkretabnis spielt, wenn er ein Spiel kommt, wenn ich er sich eins anmache, macht ein grünes Applaus-Mana. Lass ich rum. Dann, ähm, ja. Spiel ich für 4 Mana, das eskaliert mir hier so ein bisschen zu viel. Ähm, die Abschiedswelle, Hexerei, bringe jede Kreatur, auf der keine Plus-1-Plus-1-Marke liegt, auf die Hand ihres Besitzers zurück. Du willst Stress, ne? Du willst richtig Stress. Also, äh, bleiben nur meine Kreaturen und Janna ist ein Adino und das geht alles. Gib mir meine Tassa zurück. Ja, ich nehme meinen Commander dann auf meine Hand. Auf die Hand zurück, ne? Auf die Hand zurück, ja. Das ist, äh, ihnen ist ja Fluchsicherheit, aber es ist kein gezielter Effekt. Das heißt, es geht trotzdem auf meine Hand zurück, ne? Ja. Und ich möchte auch auf meine Hand nehmen, ja. Die Token müssen dann leider gehen. Leider weiter. Und die anderen Sachen kommen auf meine Hand zurück. Erstmal hellsicht umgelassen und auf die Hand nehmen. Ich habe die Geisnehmerin auch zurück auf die Hand bekommen. Die hatte zwar die Endgültigkeitsmarke, aber die gilt nur, wenn sie stirbt. Genau. Also wir wählen, dass wir den Commander, ich könnte ihn jetzt in die Kommandozone legen, aber ich nehme ihn auf die Hand. Ja. Weil sonst müsste ich mehr Mana bezahlen, um ihn dafür abzuschauen. Okay. So. Nein, ich wollte einfach nur, das war mir dann wiederum ein bisschen zu viel von euch allen, ne? Wir wurden hier Kreaturen weggetappt und geklaut und der andere hatte da plötzlich ein 15-15er. Na? Mit Wachsamkeit, Frieden, Eile, Lebensverknüpfung. Ja, kein Problem. Naja, zu viel. Ähm, so. Dann gehe ich in meine Kampfphase und darf erkunden. Ja. Eins, zwei, drei. Karte lasse ich oben. Wollt ihr das hier angucken? Ja. Also guckt. Okay. Dann? Nein, ich habe sie mir nicht durchgelesen. Kommt hier eine Marke drauf auf Hackball, dann denke ich nochmal auf. Ja, ja. Ne? Wir wissen das Prinzip, heißt also, ich gebe eine Marke drauf, weil ich sie immer oben lasse. Ähm, genau. Und dann habe ich noch... Das greift es nicht an. Genau. Weil... Das war ja auch zu deinem Gunste, sage ich jetzt mal. Ja. Wir haben aber immer noch zwei starke Verzauerungen liegen und auch ein starker Handschuh. Bei Patrick kommt aber auch einiges. Das sind Stiefel. Stiefel. Ich weiß nicht, wo du deine Handschuhe trägst, aber das sind Stiefel. Ich trage meine Handschuhe an die Füße. Das sind keine Handschuhe, sondern Fußschuhe. Stimmt. Also. Schuhe. Schuhe. Ähm. Boah. Krass. Dann greife ich an... Ganz rüber da. Bei ihm? Aber Patrick gleich wieder meine ganzen Kreaturen. Genau. Lass ihn seine eigenen Scheiße. Aber... Der hat 48 Lebensmittel. Das sag ich nur, weil ich sie angegriffen habe. Ich greife dich an. Hörst du wieder auf deine Schwester? Valentin. Das ist falsch. Ja, was kriege ich da? Schaden. Acht. Acht. Okay. Ja. Und dann... Gib ich auf. Naja, also... Naja, okay. Für dich war es schon doof. Aber es war harmlos noch, okay? Ich musste ja... Mir wurde alles weggenommen. Und dadurch hat er... Du hast ja eine Sache weggenommen. Und die anderen sagen getappt. Eine Sache getappt. Das ist doof, wenn er getappt ist. Eine Sache getappt. Und der ist eskaliert. Meine gefaltige Landschaft kommt getappt ins Spiel. Für Chappen kann ich ein farbloses oder für zwei Tappen Opfern. Durchsuche seine Bibliothek nach zwei Standardlandkarten. Bringe die einen Landschaft gemeinsam haben. Bringe sie getappt ins Spiel und mische danach. Aber ihr könnt ja jetzt alles wieder ausspielen. Also... Nö. Alles nicht. Fast alles. Die Einzige, die hast vielleicht gar nicht zu Jenner bei den ganzen Ramps, die sie gezogen hat. Nicht mal gezogen, sondern... Ich spiel erst mal... Spiel ich... Boah. Mein Comana wieder aus. Pantlaza, Gesegneter der Sonne. 4-4. Immer wenn Pantlaza oder ein anderer Dino unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt, kannst du Entdeckung X anwenden. Wobei X gleich der Widerstandskraft der Kreatur ist. Tu dies nur einmal vor Zug. Das heißt, ich hab jetzt Entdeckung 4. Jo, Chan hat ja noch 17 Lebenspunkte. Ich denk immer nur das auch, ne? Ja. Kultivieren, Hexerei. Durchsuche deine Bibliothek nach bis zu zwei Standardlandkarten. Zeige sie offen vor. Bringe eine davon in getappt ins Spiel und nimm die andere auf deine Hand und mische danach. Guck mal, Chan, das muss so sein. Irgendwann hast du keine Rap-Karten mehr und dann hast du nur ganz viele Länder und dann kannst du ganz viele Dinos spielen und deckst nicht mehr diese Rap-Karten auf. Gebirge und den Wald nehm ich auf meine Hand. Ja, ja. Okay, und dann? Wie er einfach schon wieder auf meinen Bord guckt. Ich lass es in Ruhe. So. Und dann kommt bei mir noch das Bitonische Bestiarium. Dein Artefakt sagt, zu Beginn deines Versorgungssegments wendest du Hälsicht 1 an. Immer wenn du einen Kreaturenzauber wirkst, kannst du ein Grünes bezahlen. Falls du das tust, zieh eine Karte. Jetzt legen wir hier mal so eine Marke drauf, damit ich das nicht vergesse. Oh ja, und dann komm ich für 3 zu Valentin. Ach, zu Valentin. Ah, ja, ja, ja. Ein bisschen kitzeln. 1, 2, 3. Dann geb ich ab. Alles klar. Dann tapp ich. See you. 1, 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und ich hab kein Land dazu. Dann spiel ich Geierberg-Sarratorium. Das ist ein legendäres Land. Für Tappen erzeugt das ein Farbloses oder für 2 und Tappen. Jeder Spieler zieht eine Karte und wirft dann eine Karte ab. Dann möchte ich die Handelpiraten wieder spielen. 1, 2, 3 und 4. Die 2 und 4, wenn die ins Spiel kommen. Oder ein anderer Pirat darf ich etwas tappen. Und das bleibt getappt, solange ich die kontrolliere. Diese Hackbar. Und für 3 Mana spiel ich Malcolm Scharf, Eugigan Navigator wieder aus. Ist Pirat und jetzt bleibt der da getappt. Wow. Okay, okay, okay. Was hab ich dir getan? Du machst Schaden. Du hast mein Bot weggemacht. Ich hab dich gerettet. Ich hab dich gerettet. Wow. Und als nächstes ist dann Jenna dran. Und danach Valentin. Okay. Weil das die Reihenfolge der... Wenn Valentin da noch lebt. ...die Reihenfolge der Kreaturen war. Ich glaub schon. Ich beende mein Zug. Okay. Ich entappe. Check mal die Lage hier. Zieh eine Karte. Oh. Oh. Das ist gut. Ähm. Ich bringe für Schwarz und Eins bringe ich Eiferer der Legion. Wenn der Eiferer der Legion ins Spiel kommt, ziehst du eine Karte und verlierst einen Lebenspunkt. Okay. Hast du den Tappel zum Ziehen an Karte. Wunderbar. Dann bringe ich als Land ein Tempel der falschen Göttin. Gibt Tappen und erzeugt zwei farblose Mana, die für die Fähigkeit nur, falls du fünf oder mehr in Länder kommt, wie es passt. Dann haben wir zwei, drei, vier, 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 sechs, sieben, acht. Acht, acht, acht. Okay. Dann bringen wir für zwei, drei. Vier Mana. Klar wie mein Commander. Für vier Mana? Für drei Mana? Ja, ich habe noch eins im Pool. Ein farbloses im Pool. Achso. Bringe für zwei. Noch die grausame Zelebrantin zurück. Und für das Farblose nehme ich mal die Flinkfußstiefel. und lege sie an die grausame Zelebrantin an, damit sie Eile hat. Ausrüstung ist ja eins. Flugsicherheit hat sie damit auch. Dann möchte ich in meinen Angriff gehen und mit der Zelebrantin Julian anwerfen. Dadurch bekommt sie, weil sie ein Vampir ist, den Effekt, dass sie jetzt ein Dämon zusätzlich ist. Und wenn sie sterben würde, wird sie in vier, drei. Na? Kann ich einschauen, ne? Romaner Fähigkeit. Immer wenn du angreifst, wird ein angreifender Vampir deiner Wahl, der kein Dämon ist, zusätzlich zu einem anderen Typ und zu einem Dämon. Er erhält, wenn diese Kreatur stirbt, sie eine Karte und der Zeuge einen getappten vier, drei weißen und schwarzen. Bermond-Kreaturen spielst du damit. Flugfähigkeit. Cool. Check. Dann. Kreaturen des bestimmten Typs haben. Plus ein, plus eins. Und Wachsamkeit. Wachsamkeit haben sie auch. Guck mal. Wachsamkeit haben sie auch. So. Okay. Also hast du einen Schaden mehr genommen? Ja, ich hab zwei Schaden jetzt genommen. Wunderlich. Wunderlich. Ja, korrekt. Okay. Dann. Möchte ich noch ein Mana mehr bezahlen und die Flinkflucht dürfen wieder umequippen auf meinen Commander, damit der Fluch sicher ist. Und Eile hinter. So. Dann gehe ich in mein Endsegment. Da passiert hier nichts. Versorgungssegment, Hingabe zu Weiß und Schwarz, sieben oder mehr. Ja, wir haben eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Hätten wir runter. Das heißt, ich lege mir mal so eine Hinnungsmarke hier oben drauf, denn wir hätten einen Trigger. Im Versorgungssegment würde ich einen vier, drei weißen und schweißen Mobil demokratische Präziger bekommen. Let's go. Dann traurig. Also immer wenn die grausame Zelebrantin oder eine andere Kreatur oder einen Plainswalker, den du kontrollierst, also ihr, stirbt, verliert jeder Gegner einen Lebenspunkt und gehört einen Lebenspunkt dazu. Ja, nicht so stark, aber egal. Ja, kann stark sein, kann eine gute Kombo-Karte. Wäre krasser gewesen, wenn die Vampir Tokens gestorben wären. Das ist richtig. Ja. Für vier Mana spiele ich mir mal das Meeresgrund-Orakel. Zwei, drei, immer wenn er Mafirkt, dass du kontrollierst, einem Spieler Kampfschaden zufügt, ziehe eine Karte. Vater Ahn aktiviert, heißt also, er hat einen Kreaturntyp mit meinem Commander gemeinsam, und für drei Mana spiele ich dann nochmal Tassa Göttin, dem ihre aus. 5-5 Unzerstörbar, wenn meine Hingabe zu weniger als 5 ist von Blau, dann ist sie keine Kreatur. Zu Beginn meines Versorgungs-Segments wende ich Hälsicht 1 an und für zwei Mana kann eine Kreatur in diesem Zug nicht geblockt werden. Dann bringe ich in meine Kampfphase. Darf für jedes mehr Erfolg erkunden. 1, 2, 3, 4. Ist egal, lasse ich oben. Alle vier Male. Ich brauche noch einen Würfel. So. Done. Hast du an? Ich greife mal Patrick an. Mit Chupala. 5-5. Ja. Dann hat ein Mehrfolg einem Spieler Karschanzug gefügt und ich ziehe eine Karte. Gebe ich ab. Ui, ui, ui. So. Zu Beginn meines Versorgungs-Segments wende ich Hälsicht 1 an. Und unten. Ein Ramspell. Blunt. Also quasi ein Ramspell. Okay. Blunt. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So. Und ein grünes für das Bestiarium spiele ich wieder den Stachelrücken aus. 5, 5. Andere Dinosaurier, die du kontrollierst, erhalten plus 1, plus 1. Und für 6 erzeuge einen 3, 3 grünen Dinosaurier-Kreaturspielstein, der Trampelschaden verursacht. So. Dann habe ich Entdeckung 5. Ziehe ich erst eine Karte durch das Bestiarium oder habe ich erst eine Karte? Das ist beim Wirken und das ist beim Spielkommen, wenn ich mich nicht ganz täusche. Genau. Dementsprechend, du ziehst immer erst die Karte. Ich ziehe immer erst die Karte. Ah! Das wäre etwas, was ins Spiel kommen würde. Ja. So. Ich habe Entdeckung 5. Ramp. 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 Oh mein Gott. Es kann mal was ins Spiel. Es ist Ramp. Ja. Stimmt. Topiari-Stampfer, 4, 4. Wachsamkeit. Wenn er ins Spiel kommt, durchsuche deine Bibliothek nach einer Standardlandkarte. Bringe sie getappt ins Spiel und mische danach. Der Topiari-Stampfer kann nicht angreifen oder blocken. Es sei denn, du kontrollierst sieben oder mehr Länder. Kein Angreifen oder Backen, Leute. Ja. So hast du einen 4. Vierer bekommen, bei der Wachsamkeit. Let's go. Rundenland. 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 Hast du davon überhaupt noch welche? Ja. Na ja. Gerade so, ne? Standardländer gehen aus. Ach, ich hab auch dumm getappt, ne? Vermutlich. Ja, hab ich. So. Will jemand abheben? Ja. Ich hab dumm getappt, weil ich doch, ich brauch doch rotes Mana. Wofür? Ja. Für die Karte, die du in ihrer Hand schon links gesehen hast. Ja. Für den Dino, den ich auch gerade schon hatte. Für den 2 Mana Dino. Der Rot-Grün kostet. Ja. Der Sohn von T-Shirt. Ja. Ähm. Pff. Drei, drei, zwei, drei und zwei, zwei. Ja. Zwei, zwei, drei und drei, drei. Ja, dann komm. Mal. Mein. Hier. Was ist denn da? Zu dir? Zu mir? Ja. Ja. Zu mir? Zu mir kommt der. Nehme ich vier. Dann gebe ich ab. Alles klar. Dann tappen. Ziehen. Ein bisschen kitzeln. Garten bleiben. Ja. Dankeschön. Dann, 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 dann. So. Oh nein. So. Jetzt mach ich mal richtig. Die drei brauche ich gleich. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Dann spiele ich die sich entfaltende Wildnis. Das kann ich opfern, um meine Bewältigung nach einem Stallrand zu durchsuchen und das getapptes Spiel zu bringen. Dann möchte ich für, äh. Kann ich mal meine kaltige Landschaft jetzt auch fahren, weil ich sie getappt habe. Oh. Also, ah. Ja, das musst du auch können, ne? Ländert haben ist halt auch schon schwer, ne? Ja, kann ich nicht. Möchte ich für vier Mana die Geiselnehmerin spielen. Das ist ein Pirat, der ins Spiel kommt und deswegen möchte ich dann, möchte ich dann, möchte ich dann, machen wir das dann am geschicktesten. Möchte ich den tappen, der enttappte ich und die Tassa ins Exil schicken. Und dann möchte ich für drei Mana die Tassa wirken. So. Ist doch keine Kreatur bei dir, ne? Erst ab fünf, oder? Nein, erst ab fünf, ja. Ja. Und dann, und dann, und dann, und dann würde ich meinen Zug beenden und ich würde schon mal meine Bibliothek nach einem Land durchsuchen. Nämlich ein, ja vermutlich, vielleicht aber auch noch ne, 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 ne. Nach einem Sumpf. Okay. Enttapp-Segment, Versorgungs-Segment. Trigger. Zu Beginn als Versorgungs-Segment, falls wir eine Hingabe zu weiß, bunt, schwarz, sieben oder mehr beträgt. Das haben wir jetzt, ne? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Und, äh, erzeugen wir ein, vier, drei, weiß, schwarzen Vampir-Dämon mit Flutfälligkeit. Hallo Michael. Willkommen zurück. Wer ist Michael? Wo ist der hin? Oh nein, der ist wieder weg. Okay. Ich bringe für ein Mana. Eingeweide-Laser-Vampir-Zauberer, eins, eins, Opfer, eine Kreatur, Vampir natürlich, ne? Äh, hält sich eins. Ja. Gut, gut. Ähm. Ja. Ja, dann. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn wären das. Ich hab schon vergessen, wie heißt der nochmal. Ja, okay. Dann machen wir. Valentin. Valentin. Eins, zwei, drei, eins, zwei, drei, vier, fünf, zwei, drei, zwei, drei. Kann eigentlich jemand von euch mal ein Massimo-Move-Spiel sein? Auf fünf kommt Carmen. Carmen, grausame Wolkenläuferin. Fliegend, 2-2 Vampir-Soldat. Immer wenn ein Spieler einen permanent opfert, lege eine Plus-Eins-Plus-Eins-Mark auf Carmen, grausame Wolkenläuferin und du hältst an Lebenspunkt dazu. Immer wenn Carmen angreift, bringe bis zu einem permanent deiner Wahn mit Mana-Betrag kleiner oder gleich der Stärke von Carmen auf deinem Friedhof und Spiel zurück. Länder zählen nicht aus. Weil Länder zählen auch? Okay, gut. Okay. Gut, da ist Carmen. So. Dann. Ja, dann kennen wir, ne? Dann sagen wir, eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Boom. Hast du nicht noch eine Sphäre des Kommandassons liegen? Ja. Orden des heiligen Zwielichts. Fünf, fünf. Mit Einrufen gespielt, kennen wir. Fliegend, Lebensverknüpfung, Eile mit Edelmut. Und andere Vampire, die ich kontrolliere, haben Edelmut. Das heißt, wir haben aktuell eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Zwei Züge später und das Board sieht genau wieder gleich aus. Korrekt, korrekt. Nur noch schlechter für mich. Ja. Und schlechter für mich. Genau. So. Eile. Oh? Ja, und schlechter für mich. Ja. Obwohl. Ja, ja. Jetzt kommt, jetzt kommt, der Bubenauer wollte Stress machen. Nee, ich wollte keinen Stress machen. Ich wollte einfach nur... Der kommt bei dir vorbei. Ja. Nein, hab ich nicht. Da kommt der bei dir vorbei. So, das heißt, wir haben plus eins und Wachsamkeit. Das heißt, der ist plus eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Korrekt. 13, 13. Naja, ich musste 17 Schaden, ne, 15 Schaden. Dann wollen wir nicht übertreiben. Wie viel? 13. Und ich bekomme 13 Level. Cool. So, dann. Das wäre das Kommandeurs. Opfer ich mal und ziehe eine Karte. So. Ich habe eine permanente geopfert. Das heißt, Carmen, immer wenn Carmen angreift, bla bla bla, immer wenn ein Spieler einen permanent opfert, leg er eine plus eins, plus eins Mark auf, Carmen, grausame Wurkläuferin und du als einen Liebespunkt dazu. Da ist sie. Puh. Check. Der hat hier noch einen Trigger, weil er angegriffen hat und kein Dämon ist, ist er ein Dämon. Hallo. Ich auch. Nicht vergessen durch den Kommande. Okay. Gut. Und ich habe auch immer, wenn Carmen angreift bringe, permanent an, weil ich so, okay, das kann ich jetzt nichts zurück. Dann bist du dran. Das ist immer so 50 50, ne? Mal Valentin. Mal dich. Ja, dann tappe ich. Ach ja, warte mal. Es tappt ja nur die Hälfte. Ahem. Ziehe eine Karte. Jenna, du hattest gesagt, du kannst dir was machen? Ja, ich glaube ja. Du glaubst oder du weißt? Ja, kann ich. Schön. Dann spiele ich mal Kumena, Tyran von Oraska. Ist ein Mehrvolk, heißt also ich darf Herrsicht 1 anwenden. Aber ich lese das mal vor. 2, 4. Tappe ein anderes ungetapptes Mehrvolk, das du kontrollierst. Kumena, Tyran von Oraska kann in diesem Zug nicht geblockt werden. Tappe 3 ungetappte Mehrvolk, die du kontrollierst. Ziehe eine Karte. Etappe 5 ungetappte Mehrvolk, die du kontrollierst. Lege auf jedes Mehrvolk, das du kontrollierst, eine plus 1 plus 1 Marke. Und dann. Ich glaube er sich ganz andere. Ich glaube er sich ganz andere. Ich glaube er sich ganz andere. In welcher Reihenfolge machen wir das. Machen wir erst Hackball und dann wir gehen wieder so in Reihenfolge einfach ab. 1. 1. 1. 2. 3. 3. 4. 5. 5. 5. 5. 5. 6. 5. 6. 5. 5. 5. 8. 9. 9. 10. 10. 11. 11. 11. mit Einsatzschutzspiel. Kein Problem für Patrick. Weiß ich nicht. So viel habe ich bisher noch nicht gemacht, außer zu versuchen, nicht zu sterben. Ja, dann spielt noch ein Land aus. Hab ja noch keins gespielt. Das kommt das nur her. Mooswurzbrücke, genau. Mit Rigo Fugium 4. Wenn das Land ins Spiel kommt, schau dir, du brauchst in vier Karten deine Bibliothek an, schicke eine davon verdäckte in 6C und lege deine Resten zur Reihenfolge unter deiner Bibliothek. Kommt getappt ins Spiel, tappen, macht einen gründesten Mana und für einen gründesten Mana und tappen. Falls du Kreatum mit Gesamtschwecke von 10 oder mehr kontrollierst, kannst du die in 6C geschickte Karte spielen, um ihre Mana-Kosten zu bezahlen. 1, 2, 3, 4. Uuuuuhh Uuuuuhh Hmmmm Oh, das ist jetzt schwer. Ist es das? Manchmal muss man im Leben auch schwere Entscheidungen treffen. Wie ist das tatsächlich? Das Leben ist kein Pony Heft. Zugehörigereiten von Unternehmenspolitik. Ich hab dich. Oh. Hoppala. So. Dann ja noch vier Mana offen. Dann bin ich hier nochmal da. Nee, hast du schon lange gespielt. Achso, ja stimmt. Dann geb ich auf. Gut. Ich enttappe. Ich hab Hellricht 1 durch mein Artefakt. Unten. Zine Karte. Okay, jetzt muss ich mal überlegen, wie ich das jetzt noch raum. So, die haben, die sind Dämonen, das heißt, wenn sie sterben, kommen sie... Genau. Er hält, wenn diese Kreativtour stirbt, ziehe eine Karte und der Zeuge einen getappten vier, drei weißen und schwarzen Papier, der man Kreativtour bestimmt mit Fluchtigkeit hat. Das ist auch sehr stark. Mhm. Wir können das auch so machen, dass wir anfangen mit ein bisschen kleinen Deals. Kleine Deal. Ich brauch kein Deal. Ich brauch kein Deal. Ich brauch kein Deal. Ich brauch kein Deal. Also wir wissen alle, dass er sich nicht an Deals halten kann. Du, äh, Deal auch nichts. Ich brauch kein Deal. Und du nichts. Ich, äh, krieg's halt immer mal rein. Oh, selbstbewusst. Oh, selbstbewusst. Ich brauch ein Feedback. Ah. Jetzt zappst du dann in Deals. Richtig. Hätte ich nicht sagen dürfen. Verdammt. Ich bin mal ein Wald. Hast du geschafft. Respekt. Ähm. So. Okay, Jenna, jetzt streng dich mal krass an, ey. So, ich brauch ein, zwei, drei, vier, 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 fünf, sechs, sieben, acht, neun. Ich spiel für drei Rhythmus der Wildnis. Verzauberung. Kreaturenzauber, die du kontrollierst, können nicht neutralisiert werden. Nicht-Kreaturen-Spielsteine, die du kontrollierst, haben Aufruhr. Heißt, du bestimmst, ob sie mit einer plus-eins-plus-eins-Marke oder mit Eile ins Spiel kommen. Nicht-Spielstein-Kreaturen. Ja. Ach so. Was hab ich denn gesagt? Nicht-Kreaturen-Spielsteine. Ach so. Nicht-Spielstein-Kreaturen. Mhm. Okay. Ähm ... Dann ... ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Fünf, sechs, sieben, acht. Und ein grünes für das Artefakt spiel ich Avatar der erwachenden Sonne. Sieben, sieben. Wenn er ins Spiel kommt und falls du ihn aus deiner Hand gewillt hast, zerstöre alle Nicht-Dinosaurier-Kreaturen. Ja. Jetzt, äh, ne Frage, wenn ich jetzt, ähm ... Erstmal zieh ich ja die Karte. Mhm. Aber wenn ich jetzt sag, ich möchte auf ihn ne Marke legen, kann ich dann erkunden für zehn? Also, äh ... Als erstes ziehst du ne Karte. Das passiert, bevor irgendwas passiert. So, ähm ... Ich hätt die in das Spiel bekommen! Ah! Jetzt veränd' ich mal, was gibt's? Die kommt mit einer Plus-Eins-Plus-Eins-Marke ins Spiel, wenn du das möchtest. Ja. Und dann ist die, äh, die Widerstandskraft bereits um eins höher, ja. Okay. Soll ich erst erkunden, oder wollt ihr erst alles von euch sterben? Ich kann auch erst erkunden. Und wie ist der Ablauf? Das sind beides Sachen, die passieren, wenn die Kreaturen ins Spiel kommen. Dementsprechend darfst du das entschlagen. Ja, dann erst. Spiel. Ist auch nicht ohne. Okay, dann sterben mal alle Kreaturen, ne? Korrekt? Ja, sie werden zerstört, ja. Okay, dann möchte ich, dass mein Commander in die Kommando-Zone geht. Und ich muss gleich ein Mana mehr bezahlen. Zwei Mana mehr bezahlen, äh ... Sollen wir mir so ne Zwei da drauflegen? Ja, leg eine Zwei. Weil ich hab' ihn ja grad gespielt, kann ich ihn jetzt schon tappen für Tappe drei ungetappte? Ja, weil da ist ja kein Tapsymbol dran, ne? Und dann hab' ich schon mal drei, um noch ne Karte zu ziehen. Beiden sterben. Ich hab' ja zeitgleichen Trigger. Das heißt, mein Commander ist noch da. Das heißt, ich bekomme zwei Vampir-Dämonen und darf zwei Karten ziehen. Zerstören, ne? Für diese Fähigkeit muss der Commander auch nicht mehr auf dem Spiel sein. Die Fähigkeit bekommt die Kreatur selbst. Zerstörung, ja. Also, das ist dann unabhängig davon. Okay. Aber eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Bei dir sterben sieben Kreaturen. Ja, das kommt auch noch dazu. Er ist ja auch gestorben. Mhm. Ah, er hat ja die Mark aber nicht gehabt. Mhm. Ja, okay, gut. Also, es sterben sieben Kreaturen. Das heißt, immer wenn die Grausamen bei einem Celebration sind, oder eine andere Kreatur in einem Blendsport, den du kontrollierst, verliert jeder Gegner einen Lebenspunkt und du hältst einen Lebenspunkt dazu. Das heißt, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben sind gestorben. Du machst das gerade schon? Ja. Machst du gut. Okay, dann sterben sie. So. Alles weg. Weg, 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 weg. Mit Eile hättest du noch richtig drauf holen können, oder? Ja, alles klar. Ja. Ich wollte ihm auch eigentlich Eile geben, ich hab mir gar nicht nachgedacht. Ja, das ist natürlich immer wieder so eine Sache, ne? Okay. Okay. Und dann... Ich hab das dort noch, bis ich die Refuge um Karte hier spiele. Die kommen getappt. Ah ja. Und hier eine Karte, zweimal. Dann komm ich für, ähm, 14 zu Valentin. Jetzt willst du Stress, ne? Jetzt kommst du Stress. Okay, 14. Fünf davon sind Comana Damage. Das heißt, du musst ja nicht 14 abziehen. Sondern, das hatte ich mit 14 genommen. Kannst du wieder fünf geben? Eins, zwei, drei, vier. Fünf. Und dann einmal zur Seite. Der Pfeil zeigt hier auf Jenna. Fünf. Ja. Okay. Gut. Okay. Ja, dann geb ich ab. Dann tap, draw. Dann spiel ich die nefalisches Unterwasser Grab. Das kann für ein Farbloses getappt werden. Oder für ein, äh, ja, ein generisches, ein blaues, ein schwarzes und tappen ein Spieler deiner Wahl mild drei Karten. Das ist so dumm, ne? Du? Ja. Ich hab mir extra mal eine offen gelassen. Genau für sowas. Und dann mach ich's nicht. Hm. Das ist schlecht, Julian. Ja. Das ist ganz schön schlecht. Ich hab gedacht. Ja. Fail. Dann möchte ich, äh, meinen Kommandeur spielen. Admiralin Tolkun. Eins. Zwei. Ein schwarzes, ein blaues und ein rotes. So. Drei, drei. Wenn sie ins Spiel kommt, will ich jetzt erst mal vier Karten. Eins. Zwei. Drei. Und vier. Okay. Nehmen wir mal ein bisschen durch Zweck. Dann versuche ich das Vampir der Krass zu haben. Achso. Hör nicht auf die Stimmung der Frau. Die Frau sagt böse Sachen. Kannst du Flieger blocken? Mhm. Womit? Mit Recht. Ja. Ich würde sagen, kannst du Flieger blocken? Nein, kann ich nicht. Okay. Gut. Ja, nimm mir bitte seine Flieger weg, sonst bin ich nämlich gleich tot. Tja. Achso. Mhm. Achso. Aha, aha. Lass ihn mal schön da. Was nehme ich denn da? Was nehme ich denn da? Ich möchte auf jeden Fall, auf jeden Fall, diese Handelspiratin, die kommt über die Fähigkeit von Admiral Tolko in das Spiel, weil ich jetzt in meine Kampfphase gehe. Bedeutet, sie kommt mit einer Endgültigkeitsmarke ins Spiel, ist 4-4 und wenn sie sterben würde, wird sie anstattdessen ins Exil geschickt. Ich will nicht, wie es jetzt hier geht. Ähm. Ich schon. Und, ähm, was tappe ich, was tappe ich, was tappe ich, was tappe ich. Na, irgendwas von den Dinos da, komm. Was tappe ich? Willst du sie gleich rausnehmen? Valentin. Ja, Valentin will rausnehmen. Ja, das ist stark genug dabei. Valentin soll in seiner Rolle bleiben. Ja, Valentin bleibt in seiner Rolle. Leute, ich will doch nicht gehen. Ich wollte auch nicht gehen. Und dann würde ich... Wichtig. Rückt ab. Machst du das nicht denn sagen? Und dann würde ich erstmal sagen, bin ich soweit fertig. Meine Kreaturen wurden gezappt. Sie wurden geklaut. Alles mögliche. Das ist nicht meine Kreatur. Wir ziehen eine Karte. hydration, Ich habe Pelzicht 1 komplett vergessen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich sie kontrolliere, wenn ich die da dran bin. Guter Punkt. Vier Zahlen. Zwei, drei, vier Mana und bringen die Sucherin des Heiligtums. Vampirritter, drei, vier. Immer wenn ein Vampir, den du kontrollierst, angreift, verliert jeder Gegner einen Lebenspunkt und du erhältst einen Lebenspunkt dazu. Angreifen wird sogar noch. Du hast zehn Lebenspunkte. Da sind vier Schaden. Acht Schaden. Das ist zu wenig. Deswegen sagen wir. Eins, zwei, drei. Zweischneidiges Erbstück. Ausrüstung. Die ausgerüstete Kreatur 3 plus 1. Immer wenn die ausgerüstete Kreatur stirbt, kannst du Karten und Opa von deiner Bibliothek aufdecken. Bis du eine Kreaturenkarte aufdeckst, die mit dir einen Kreaturen-Typ gemeinsam hackt, nimm dir eine Karte auf deine Hand und leg den Rest in Zufeliger rein, veruntert deine Bibliothek. Ausrüsten. Wir rüsten 1. Wir rüsten aus. Für 1. Der fliegt ja nicht. An einen Dämon. So. Wir haben den Segen der Stadt. Kreaturen der Stippen-Typs haben das 1 plus 1 und Wachsamkeit. Das ist wunderbar. Und die waren ja schon da. Wir können noch die Vampire haben. 1, 2, 3. Überflüssiges Atomfakt. 3 Vampire. Ja, wir machen aber dann noch die 5 Stiefel an. Die Sucherin des Heiligtums. Dann kann die auch angreifen. Und dann gehen wir in den Angriff. Und dann gehen wir in den Angriff. Was tun wir? Okay. Wir haben Wachsamkeit. Wir haben Wachsamkeit. Die Sucherin kommt zu dir. Und die beiden Vampir-Dämonen kommen zu dir. Wieso mich? Ich bin hier. Weil du keine Deckung hast. Und du hast mich angreifen. Genau deswegen sollte man mich nicht angreifen. Genau deswegen sollte man mich nicht angreifen. Weil ich keine Bedrohung bin. Also. Immer wenn du eine Vampir-Dämonen kontrollierst. Angreifen verliert jeder. Machen wir das mal zuerst. Weil die greifen ja an. Jeder Gegner verliert 1, 2, 3 Lebenspunkte. Und ich erhalte ein Lebenspunkt dazu. Also 3 Lebenspunkte dazu. Okay, gut. Der hat plus 1, plus 1. Die haben alle plus 1, plus 1. Die haben alle plus 1, plus 1. Nee, du hast dich schon angegriffen. Oder angegriffen. Ja, ist so. Ja, so ist es. Kann mich jemand retten? Bitte? Dann kommt der entsprechend mit 4 Schaden zu dir. Aha. Und die beiden kommen mit 5, 10, 13 Schaden zu dir. In der Luft. Ich kann. Schaden. Eine schnelle Hybridisierung spielen. Spontan zerstört eine Kreatur deiner Wahl. Sie kann nicht regeneriert werden. Ihr Bersche erzeugt einen 3-3-grünen Frosch-Eidechsen-Kreatur-Spülstein. Auf deinen 4-3. Ich lebe noch. Dann krieg ich nur 5, ne? Du müsstest so ein Spielstein bestimmt mit dabei haben. Ja, hab ich auch. Gehe ich auf 2. Und ich krieg noch ein bisschen was. Okay. Du bist nicht gestorben, sondern nur verwandelt worden, ja? Du bist auch nicht gestorben. Zerstört und damit gestorben. Okay, das heißt, der Gegent hat noch von deinem Blick auf, bis du eine Kreaturenkarte aufgehst. Mach was für dein Geld, Männer. Mhm. Da, Vampir-Schamane. Okay, so. Ähm, der Rest in zufälliger Reihenfolge unter deinem Bibliothek. Äh, nimm die Karte auf deine Hand. Geil. Gut. So. Äh, ich habe noch, gleich kommen ganz viele Dinos, weil sie lebt noch. Das ist nicht gut, dass sie noch lebt. Ja, sie lebt noch. Mmhm. Ähm. So. So legen wir noch das Erbstück an den anderen Vampiren. So. So soll er sein. Mhm. Ist fertig? Ja. Ah, mein Topic. Wow. Hätte nicht gedacht, dass der für einen Mann that was machen kann. Hätte gedacht, der wäre... Aber ich konnte schon mal zeigen, dass das beim Viertek cool ist, das ist gut. Ja, ich bring dich jetzt gleich nicht um, leider. Das ist besser. Glaube ich. Ja, meine Kreative Trampel ja nicht. Das ist schlecht. Was hat denn denn dieses Trampelgescheid? Ja, also ich bin ja gleich auch sowieso tot, der greift mich ja einfach an. Dann fülle ich ja einfach so nebenbei. Kannst du noch was bei ihm zerstören? Ja. Nicht so richtig, ne. Ich kann selbst auch nicht mehr so viel machen. Das ist so die Sache dabei. Wenn ich das mache, dann noch das hier. Ich kann für 2 Mana mal das Vergessene Wunderwerk spielen. Hexerei Abstieg 8. Wenn du diesen Zopperspruch wirkst und falls in deinem Friedhof 8 oder mehr permanente sind, erhält... Ja, warte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ne. Permanente Karten. Nicht 8 Karten. Das ganz oben ist zum Beispiel keine. Verdammt. 7. Ja, okay. Dann bringe ich eine permanente Karte in meiner Wahl aus meinem Friedhof auf meine Hand zurück. Was würde passieren, hättest du 8 Karten? Ich hätte es noch zweimal kopiert. Ah, okay. Cool. Das ist nämlich Petschhaft. Ja, hä? Rennen! Das fehlt mir noch. Stimmt, was weiß ich. Das ist ne gute Idee. Ja. Also ich glaube, ändern tut hier... Retten wird mich das jetzt sowieso nicht. Ich nehme einfach mal den günstigsten Zopperspruch. Die Nebel vorbarren. Wahoo! Wahoo! Guck mal, dann spiele ich sie auch aus. Wo ist mein... Was suchst du? Fahrt der Ahlen. Den hast du gerade getappt. Ach! Ja, ich hatte... Dann habe ich immer sehen. Ja, genau, ich darf erst nicht eins machen. Wenn mir das noch so viel bringt. Zwei, zwei. Andere Mehrvölker, die ich kontrollere. Plus eins, plus eins. Kannst du deinen Kreator nicht irgendwie plus 40, plus 40? Ich kann den noch, äh... Ne, das mache ich nicht. Ja... Ich gebe ab. Was ein erfolgreicher Spielzug, Leute! Ich überlasse dir, ihn zu töten. Du bist zuerst dran, du hast die Ehre. Du hast die Ehre. Also... So, ich habe erstmal häselig mit dem... Ja, ich weiß, was ihr dir angefangen habt in der Vergangenheit. Ja, stimmt. In den früheren Matches. Ich weiß, was du getan hast. Aber Rampiere vergessen nie. Aber... Ja, ja. Frühere Matches sind frühere Matches. Das stimmt. Und Rache ist da. Och das stimmt. Ein paar Minuten vorbereitet. Ach so! Ja. Aber einen Trick hat er noch. Er guckt so, als hat er noch einen Trick. Der Mundringel geht leicht hoch. Jetzt weidet. Er hat noch einen Trick. Ah, ist gut. Ja, ja. Für 6 spiele ich Erdrüttler Schreckensmaul. 6-6 Trampelschaden. Wenn er ins Spiel kommt, ziehe ich für jeden anderen Dinosaurier, den ich kontrolliere, eine Karte. 7. Ne, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja. Es passiert erst das, ne? Und dann das. Das ist beides, wenn sie ins Spiel kommt. Okay, dann sind erst die 6 Karten. Okay. 4, 5, 6. Wäre da halt ein Dino-Ball gewesen, hättest du noch eine Karte mehr zu bekommen. So, und ich möchte außerdem, dass er mit Island-Spiel kommt. Und jetzt mach ich erkunden. 6. 6. Fernsuche. 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 Nach einer Ebene-Insel-Sumpfunke-Bier-Gecart und mische. Bring sie ein Kaffel ins Spiel und mische danach. Wie viel Pech kann man haben? Also, wie oft hast du dich jetzt schon gerammt? Viermal. Viermal? Die Basics, die hier aus. Sehr gut. Viermal abhängen. Okay, jetzt muss ich jetzt mal gucken, was ich Interessionen habe. You can find your eyes. Mhm. Und, ich muss den Felschiff so rascenden Batterien ab. Mmm. Mhm. 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 Und das ist immer noch sehr noch offen. Reicht das nicht für einen dicken Dino? Ich greife mal mit allen Dinos Valentin an und der Rigisaurus schießt Valentin ein Schaden. Ist das noch eine Verzauberung oder ein Artefakt von dem Zerstörer? Ja, seine plus 1 plus 1 Verzauberung. Das ist Themen. Da haben wir es wieder. Aber im Moment bist du doch die große Bedrohung. Wenn ich in das Eindringen schicke ein Artefaktor einer Verzauberung der Nawal ins Exil, lege x plus 1 plus 1 auf eine Kreatur der Nawal, die du kontrollierst, wobei ich gleich das Mana betrags auf diese Weise ins Exil geschickt und permanent ist. Dann die hier? Exile oder Friedhof? Exile. Der greift nicht an, aber die 6 greifen dich an. Wie viel Schaden? 5, 5, 5. 10. Der macht auch 5. 15. 20. 26. 26. 28. 30. 10, 15. 20. Ja. 27. Ach, der macht ja arg, kriegt ja auch plus arg. Und hier nochmal 4. Ja. 31. Schon ne Menge. Okay. Nimm ich. Lässt du durch? Ja. Wie viel? Kann sie noch pumpen geben was? Kann sie verdoppeln? Was so auf dem Feld liegt, sehe ich jetzt so nicht. Ja. Ich weiß nicht, was ich auf die Hand hatte. Sie hat halt 6 Karten gezogen. Lässt du durch? Sie guckt mich so an, als hätte sie einen Trick. Sie guckt, als hat sie einen Trick. Ich kann halt nichts mehr. Das ist halt eh mein Netz dazu. 31. 31 Schaden. Okay. Das ist dieser All-In letzte Hoffnung zu. 31 Schaden. Sag das nicht so. Ja. Was ist die stärkste Kreatur? Oder kann sie irgendwo mit tricksen? Äh, die stärkste Kreatur ist der 7-7er Trampel. Ja, der Trampel. Okay. Haben wir dann noch irgendwie 6-6er oder irgendwas? Nein. 5-5, 5-5, 5-5, 5-5, 5-5. Ja. Und? 4-7. Was kann 7er? Die kann verdoppeln. Das heißt, sieben wären 14, dann wäre ich weg. Das gefällt mir nicht. Ich weiß nicht, was ich machen kann. Verdoppeln. Ja, ich weiß nicht. Wir machen Safety first. Wenn wir machen Safety first. Reicht das? Reicht das? Reicht das? Ich hoffe, das war egal. Der Frosch. Komm, der Frosch blockt hier so einen 5-5er. Nee, nein. Safety first. Der ist jetzt auch nur noch 5-5, weil die Verzauberung ist ja. Ja. Der Frosch ist einfach 3-3. Einfach 3-3 Frosch und fertig. Ja. Sonst noch irgendwas? Ja. Das heißt, 31 darf man... Nee, das 5 ist die 26. Okay. Das heißt, mehr willst du nicht packen. Gut. Dann. Uh. Habe ich natürlich noch was. Siehst du? Rückkehr des Wildsprechers. Spontanzauber. Bestimme eines. Entweder zieh so viele Karten, wie die höchste Stärke unter den Nicht-Mensch-Kreaturen, die du kontrollierst, beträgt. Oder Nicht-Mensch-Kreaturen, die du kontrollierst, erhalten plus 3 plus 3 bis zum Ende. Das heißt, meine Dinos kriegen alle plus 3 plus 3. Das sind 5 mal 3 mehr sind 15. Das heißt, du bist zu gut. Das sind exakt 41. Ich habe nicht nachgerechnet, ne? Ja, aber anders hätte ich auch nicht machen wollen, weil sonst wäre meins nicht gegangen. Ja. Knappes Ding, ne? Knappe Käste. Hast du geschaffen. Wieder mit Teamen natürlich, ganz klar. Immer mit Teamen dabei und so. Okay. Ich kann noch zeigen, was gekommen wäre. Ich wollte halt nicht als erstes rausfliegen, deswegen habe ich mir gedacht, ich könnte einfach mal Jan auf. Ich hätte noch gehabt, nächster Zug wäre gekommen. Taktisch klug. Blutgönner. Blutgönner, wenn er ins Spiel kommt. Fliegend. Zerstörende Kreatur. Nawal, die ein Gegner kommt. Hätte deine Weck gemacht. Hätte deine Echse dich kaputt gemacht. Hätte ich Fliegendwurrstücken direkt angemacht. Hätte direkt angreifen können. Zack, zack. Fertig, fertig. Aber in einem anderen Leben, denn hier ist... Mich hättest du sowieso nur mit dem Dämon angreifen müssen. Dann wäre ich so oder so tot gewesen, ne? Und deiner auch. Blass. Ich hätte halt sogar noch eine Kreatur spielen können. Leider nicht geschafft. So. Herzlichen Glückwunsch, Patrick. Nein. Ich kann nämlich mit deiner Tasse meine beiden Kreaturen und Weckungen machen. Ja, ich weiß. Die ist 4-4 und die ist 3-3. Ich spiele trotzdem nochmal. Ja, deswegen herzlichen Glückwunsch. Der Kolosse aus 1-1 kriegt plus 2, plus 2, wenn ich einen Dino habe. Und macht, wir tappen einen Mana. Finde ich aber ein bisschen unfair, ne? Also ich möchte jetzt nicht von meiner eigenen Kreatur indirekt getötet werden. Okay, dann benutze ich die nicht. Okay, dann benutze ich die nicht. Ich hätte die vorher töten können, wenn ich... Nein, alles gut. ...equipped hätte, ne? End of... Achso, also ich gebe ab, sorry. End of turn schieß ich dir 2 Schaden und ich kriege einen Schatz. Bam. Ich bin nicht als Erste weg vom Fenster. Ich bin Zweiter geworden. Wuhuuu. Bin ich in meinen Zug? Für die Stats, Leute. Für die Stats. Guck mal, was ich damit noch mit den ganzen Old Moves sie gemacht habe. Dann spiele ich wieder ein Gebirge. Aha. Dann spiele ich das fesselnde Crewmitglied. Damn. Er tötet mich jetzt mit meinem Mehrvolk. Ne. Das ist ein Pirat. Tapp ich. Achso. Durch die Handelspiraten. Aber kannst du... Der kann aber klauen, oder? Ja. Aber ich habe ja gesagt, ich töte dich nicht mit deinen Sachen. Und dann gehe ich in meine Einglussphase, bekomme noch einen Piraten. Oh. Mit einer Endgültigkeitsmarke. Und dann bleibe ich ab. Ja. Dann äh... Ja, Julian, ne? Ey, das schaffe ich hier. Warte, 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 warte. Ich spiele noch... So schnell haben wir das Ganze beendet. Boardwine. Nein. Hättest du die ganzen Karten gezogen, hätte ich einfach aus Spaß, glaube ich, gesagt. Wir ziehen alle 14 Karten. Nice. Aber sie wollte keine Karten ziehen. Ja. Cooles Match. Wollte ein cooles Match. Ja, hat man... Ich finde, jedes Deck hat was zeigen können. Ja, hat man gesehen, dass halt einfach wirklich jedes Deck, wenn man es halt kurz in Ruhe lässt, das einfach komplett eskalieren kann, ne? Jenna mit ihren dicken Dinos. Patrick da klaut einfach alles, macht seine Piraten hoch. Ich lass einfach alles erkunden. Und hab theoretisch noch Inseltarnung oder unblockbar, aber das hat man jetzt nicht so richtig gesehen. Ja. Und du machst da halt einfach komplett viel Papier rein. Wenn ihr bis zum Ende dabei geblieben seid, ne? Liken, kommentieren, abonnieren und Ticket kaufen, vorbeikommen, mitzocken, ne? Generell. Und ja. Und falls ihr nicht Spaß daran hat, viel Spaß mit den Outtakes. Genau. Vielleicht kommt noch Outtakes und wir werden sehen. Uns hat sehr viel Spaß gemacht. Ja. Auf jeden Fall. Und mal gucken. Sehr cool, ja. Ja. Wir wünschen euch viel Spaß mit Magic the Gathering und natürlich ganz genau mit hier die verlorene Hürde von Iksalan. Alle Decks sind richtig cool. Richtig coole Edition. Perfekt. Let's go, Leute. Viel Spaß. Ciao. Tschüss. Immer wenn du angreifst, wird ein angreifender Vampir deiner Wahl, der kein Dämon ist. Ist du bleibst? Ich kann nicht mehr. Das ist so dumm, ey. Das geht so schnell. T ganhar Student Sauber. Wusste das jetzt heiß? Wusste das jetzt heiß? Wausste, ich hab mich auch zu geangt… Ich hab mich auch согengt. Das Gesäckwitz war mit dem Gesäck... Ja, Gesäckwitz. Nur weil ich angefangen hab, das tut mir leid. Ja, das ist kaputt, kaputt. Ich hab doch noch gewartet, dass Papa bitte lacht. Vier, vier. Ich, Valentin, fang mal an, meinen Commander vorzulesen und spiele heute Klavinenung an für ... Der ... Julian, der brest dich mal zusammen. Das heißt, wenn man sich zusammenreißen möchte, dann kann man sich nicht zusammenreißen. Das ist halt so ... Ich glaube, ich hab ... Komm, bleib mal cool jetzt. Ich glaub, es dauert noch, dass ihr eigentlich pappen könnt. Mann, ey. Oh, mir ist warm. Habt ihr die ersten Befehlung gemacht? Das ist ein ... Du bist so weggeraufen. Mann, ich hab das Gefühl, wie das bei euch zu Hause am Tisch leuchtet. Julian, du hältst uns alle auf. Nein, ich guck mich jetzt an. Sie waren nicht zu trennen. Ich hab das Gefühl, wie das mitbekommen ist. Okay, die Däcks sind gemischt, also let's go. Ich hab das Gefühl, wie das mitbekommen ist. Und ich ... Ihr wollt mich doch hören. Mach's doch einfach jetzt auf Nummer 1! Ne, ist doch vieles sicher. Ja, aber nur für uns. Ah! Das ist doch, wir können einfach die ersten 7 Minuten so ... Am Ende einfach, ich kann Outtakes. Ja genau, nach dem Ende des... Am Ende des Videos, einfach die sieben Minuten dran gehangen. Aber dann auch bitte die sieben Minuten von dir eben. Das ist krass. Das ist so voll krassmäßig, ne? Du siehst aus wie so nackt. Hi! Oh mein! Oh Gott! Jetzt war ich aufgedreht. Oh Gott! Kannst du mal... Wir brauchen irgendwas zum Abzug. Nein! Nein! Patrick, das ist Robotei. Ja, jetzt bin ich's nicht, ne? Ich hab's gerade, ich hab's gerade. Okay. Okay. Hopp. Okay. Dann sind wir... Was ist denn so witzig? Ich seh nicht selbst. Ich seh nicht selbst. Mein Hals. Ja, ich seh nicht. Ja, ich seh nicht. Du bist so... Wie so ein Video spielt. So richtig schlecht. Kennst du noch diese komischen, ähm... Nicht Barbie-Puppen, aber diese auch so... Zombie-Puppen. Ich weiß nicht, was da ist. Monster High! Ja, Monster High! Okay. Ich weine Igels. Das ist immer Wohnch Slack. Und der Nicht ありがとう. Kannst du nochal die Kamera haben um viel über die Zehnung. �